hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play namens the past within dieses spiel kann man absolut nicht alleine spielen das ist ein co-op spiel von rusty lane rusty lake glaube ich heißen die und ja ich spiele das natürlich auch nicht alleine weil mit mir dabei ist der hallo zusammen und als ob das nicht schon super genug wäre in der hoffnung dass alles funktioniert werden wir hoffentlich beide seiten zeigen können jetzt habe ich gesagt jetzt passiert irgendwas mit deiner aufnahme unter untergarantie oder mit seiner werden wir mal schauen also ich starte erst mal ein neues spiel und dann gucken wir mal wie wir uns überhaupt verbinden können die past within kann nur zu zweit gespielt werden jeder spieler muss das spiel besitzen brauchst du einen spielepartner kommen auf unseren discord ich habe schon einen danke ach so das kann ich noch weitermachen jeder spieler kann the past within auf seine bevorzugten plattform spielen ach das ist sogar plattform übergreifend die beiden geräte müssen nicht miteinander verbunden sein du könntest das übers handy spielen und faul im bett liegen die spieler müssen während des gesamten spiels über texte oder sprache miteinander kommunizieren können um die rätsel zu lösen befindet ihr euch im selben raum schaut euch wenn möglich nicht gegenseitig auf dem bildschirm außer ihr kommt nicht weiter und braucht neue ideen und alle das wäre dann schieten ja also das ich meine gut in dem fall sind wir ja gar nicht zusammen in dem fall liegen wirklich kilometer zwischen uns möchtet ihr online miteinander kommunizieren er nicht das gott haben wir schon willkommen in rusty lake einem ort an dem erinnerungen in kleinen würfeln eingefangen werden ihr seid zusammen hier ihr könnt die wahl zwischen vergangenheit und zukunft treffen aber jeder muss etwas anderes wählen ich würde sagen ich bin die vergangenheit weil die zukunft sieht aus wie eine alte oma ich bin die vergangenheit du machst die zukunft du hast die vergangenheit gewählt wählt der andere spieler die zukunft ja will ich mal hoffen ich hab noch nichts gewählt ich bin noch bei der anleitung kannst du die person in der zukunft hören ja wähle zwischen schmetterling oder biene die person in der zukunft muss dieselbe wahl treffen also wir machen schmetterling oder ja aber du musst mich doch erstmal einladen oder irgendeiner muss und ja danach können wir uns dann wahrscheinlich verbinden nehme ich mal an also was bist du zukunft oder vergangenheit ich bin immer noch die vergangenheit ich bin deine zukunft ja du bist die alte oma die da gestanden hat vertraust du der person in der vergangenheit nein hallo die frage habe ich nicht gestellt bekommen ach so schmetterling oder biene die person in der vergangenheit muss dieselbe wahl treffen eine biene sein das weiß ich du bist bestimmt ein schmetterling aber ich will eigentlich kein schmetterling bleiben wir jetzt bei schmetterling oder nicht ja ist doch gut so jetzt habe ich den aus die person in der vergangenheit auch ja du bist bestimmt schon bereit anzufangen ja schon seit fünf minuten ja schon in der zukunft auch bereit ja jetzt werden erinnerungen gemacht das ist toll ach so ja nee du musst dich gar nicht verbinden das war glaube ich der clou bei diesen sachen die vergangenheit kapitel 1 du musst einfach nur miteinander kommunizieren du spielst aber eigentlich für dich das spiel verstehst du was ich meine das hat mir schon mal bei einem anderen spiel wo ich glaube dass wir das dass ich im nachhinein herausgefunden habe dass das auch von denen war so kapitel 1 die vergangenheit bist du drin ja willkommen zum würfelgerät bin ich gerade also ich habe links einen briefumschlag den ich wohl öffnen kann und was rausholen kann rusty lake januar 1926 das ist unterstrichen meine geliebte tochter rose wenn du diesen brief findest bin ich nicht mehr auf dieser welt aber es gibt hoffnung in den letzten monaten habe ich ein gerät entwickelt das eine verbindung zu einer vertrautung ist frauenswürdigen personen in der zukunft herstellt der raum in dem du dich befindest kann von dieser person beeinflusst werden öffne aber erst diese box und warte auf weitere anweisungen in liebe dein vater albert war nicht von den chipmunks eine albert okay also das ist und ich habe rechts eine tastatur mit neun naja tastatur so ein nicht taschenrechner wie so nummernblock mit neun ich muss jetzt eine zahl eingeben dann ja dann gib mal die 1926 ein ich habe ja gesagt das war ja unterstrichen die frage ist zugriff gewährt ich bin im computer bitte die folgende information an die person in der vergangenheit übermitteln also ich sollte jetzt blinkende vierecke übermitteln ach so ist ein würfel ein würfel mit drei mal drei ja die obere reihe wenn du drauf guckst ist der linke ist nicht ausgefüllt die anderen beiden blinken also mitte und rechts dann die mittlere reihe mittlere reihe blinkt der vordere der in der mitte ist nicht am blinken und der rechte blinkt die untere reihe ist der erste nicht am blinken und die anderen beiden blinken ja okay also blinken heißt drauf drücken ja denke ich habe mal das streichhölzer gefunden okay dann hast du das gemacht bestätigt dass die person in der vergangenheit die box geöffnet hat hast du ja eigentlich kann man ja entschieden so nach dem motto ja ja der andere hat die box geöffnet auf den pfeil klicken um die ansicht zu wechseln also ich habe jetzt erstmal ein zimmer wo ein tisch steht schmetterling eine leere schale wenn man streichhölzer und dann haben wir die beide ach so das haben wir gerade das waren wahrscheinlich auch das gleiche hier ist ein spiegel im spiegel weiß ich nicht ist meine mutter in jungen jahren oder so da ist eine frau mit mit ja so einer kurzer was ist so einer ähnlichen männerfrisur von der länger her so bräunlich bräunliches haar guckt ein bisschen komisch ich nehme an das ist eine frau sagt der nix nee aber zumal ich soll jetzt familienverifizierung erforderlich um fortzufahren bitte die das eingabefeld p 17 aktivieren und die richtigen bilder reihenfolge eingeben p 17 17 ich habe hier moment ich kann ich kann nicht ach so ich muss das aufmachen ich kann hier nichts machen ach so ich könnte eine kerze rausholen aus der lampe konnte die aber nicht anzunehmen ja doch habe ich ja eben gesagt okay die hast du auch ich konnte die kerze aber nicht anzünden außerdem habe ich hier eine uhr die steht auf 6 uhr also die kann ich einstellen ok hast du in code irgendwelche zahlen ja p 17 habe ich siebzehn aktivieren 17 könnte jetzt bedeuten 5 uhr und ich habe ein lichtscher wie soll lichtschalter habe hier aber aber nichts sagt oder macht 17 kann hier auch nichts machen also ich habe auch drei schubladen die haben jeweils links und rechts ein griff aus metall oder sowas und in der mitte für schlüssel so ein schlüsselloch kann ich aber auch nichts mitmachen kannst du auch nach rechts und links gehen im zimmer ja ich gehe jetzt mal eins nach wo scheiße gerät und drehen ach so jetzt ein schraubenzieher in seinem papierkorb den kannst du mir geben ich glaube ich brauche hier ganz dicken schraubenzieher er ist hier in einem glas drin aber ich komme noch nicht hin wenn du irgendwelche symbole hast mit baum und würfel oder ähnliches symbole gefunden ich habe 17 gefunden kann ich es aktivieren ok hast du nicht was gesagt du musst deinen stammbaum oder sowas machen er sagt hier nein ich sagt ja eingabefeld 17 aktivieren und die richtigen bilder reihenfolge eingeben aber ich kann irgendwie p 17 gerade nicht aktivieren ich habe einen topf mit kalter suppe bekommen ich bin doof das ist der schalter ok ok ich habe ja auch noch so ein komisches schloss mit irgendwelchen ein umgedrehtes kreuz und und perversen dinge drin ich habe jetzt ich habe jetzt so eine art memory also so klapp bilder das erste ist ein schmetterling das zweite ist nur ein vogel das untere also sind vier stück eine untere reihe mit zwei bildern sind zwei schmetterling habe ich gerade fliegen lassen dann vogel habe ich kreien lassen und dann unten ist familien also ein vater mit kind so und unten ganz recht so man ein kleines kind ok ich habe andere also die oberen beiden ich konnte schmetterling fliegen lassen und bei einer krähe konnte ich die kreien lassen aber ich habe unten so einen weißen baum wo ich nichts damit machen kann welchen baum wie im weißen baum ja mit aus schwarzem holz unten links links ja und was ist daneben und rechts daneben ist ein mann mit so ein rothaarigen ach das soll ein mädchen sein ach das ist keine frau gewesen oder die so eingegeben was soll ich dann machen rose und albert heißen die also bei mir sieht das folgendermaßen jetzt aus ich habe oben links ein schmetterling oben rechts ja andersrum ok dann ist es klar ja jetzt passiert das ich habe vier neue symbole oben links ist ein senkrechter strich mit so einem warte 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 das war das war scheiße ich bin es nicht mehr hier war das doch nicht was ist nie hier war das drin also oben links ist was ein senkrechter strich mit rechts davon oben kreis ja und rechts daneben rechts ist ein t also mit einem sehr kleinen strich oben drüber also senkrechter strich oben im waagerechten darunter ist eine geschlängelte linie rechts auf der seite links ist ein kreis unternehmen ist ein kreis unten und strich senkrecht oben drauf ja ich habe die steinsammlung gefunden ok ok bei mir ist jetzt familienzugang erhalten symbol folge übermittelt achtung der raum in diesem gerät könnte überhitzt werden die drei regler einstellen um rauchgas ausstoß zu regulieren also welche pass auf ich habe kohle in den ofen reingemacht gerade ich hab den ich hab den heißt gemacht hast du irgendwo striche mit senken also waagerechte striche drei mit senkrechten strichen da drauf ne vielleicht in einem anderen zimmer oder so ja wie kann man in ein anderes zimmer ich kann ja mich gar nicht bewegen kannst du nicht du hast ja eben gesagt du kannst rechts links ja drehen kann ich mich aber das ein raum hier bei mir warte mal kann ich da den kessel mit der suppe ach ich hab die suppe gerade drauf gestellt jetzt ist es heiße suppe ich weiß nicht ob ich die da drauf lassen soll nachher das ist verkohlte suppe da kann ich auch nicht mehr drauf machen kerze kann ich auch nicht anzünden es war nicht so gut warum ich glaube das lässt nicht dass der dampf nicht richtig weg geht hier ist hier wird alles schwarz kann bei mir ja deshalb das hat er mir auch gesagt ich muss oder wir müssen der raum in diesem gerät könnte behitzt werden die drei regler einstellen um rauch gasausschluss zu regulieren und ich frage ihn extra noch kannst du die einstellen ich kann hier nichts einstellen ja ich auch nicht das tippe weil du musst es irgendwie sonst hinkriegen dass du das erste auf den zweiten setzt was sollen die regler machen als hast du ein bild von irgendwelchen reglern zum dritten mal du musst es irgendwie hinkriegen dass du das erste auf den zweiten setzt auf den zweiten strich meinst du das bild jetzt oder was ich weiß nicht was du da hast wie gesagt ich habe drei wahrgerechte ich habe sagen wir mal erste auf den zweiten strich erst auf den zweiten der darunter auf den vierten ja und dann der letzten dann auf den ersten passiert nix also wie gesagt nicht stopp was ist für dich der erste der fängt ja mit dem ersten strich er fängt mit dem ersten an der hat fünf senkrechte striche ja also dann müssen wir es noch mal also dann auf den zweiten den ersten oder also den obersten auf den zweiten den ersten ja den auf den zweiten und den auf den 1 2 3 4 also den vorletzten und den anderen auf den ersten ja ja jetzt geht eine batterie auf die habe ich jetzt mal rausgenommen jetzt qualmt es bei mir bei dir auch schön ja ähm was muss ich jetzt mal ach so rauch gasausschluss reguliert belüftungssystem aktiviert steht bei mir und jetzt ok ne aktivieren soll ich ach ne ich hab's gesehen ja ich muss die batterie da rein machen sag mir bitte dass du dann irgendwas mit einem schachbrett hast ne jetzt kommt 17 uhr 15 bei mir warte 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 17 uhr 15 war ich mit 17 uhr gar nicht so schlecht 17 15 oh dem aktiviert äh kurzzeit übermittelt linse entriegeln ich höre nichts mehr also bei mir wird gerade alles hin und her geweht aber dafür ist der rauch jetzt weg ich soll aber ne linse entriegeln welche linse das bild von unserem verstorbenen vater oder was ist gerade kaputt gegangen oh das bild von unserem verstorbenen vater oder was ist gerade kaputt gegangen so moment ich verstehe dich hier gerade nur halb das ist so laut hast du irgendwie eine info über die drei schalter drei schalter an der linse ich weiß noch nicht wo die linse sind ach so da unten sind die übereinander es gibt zwar eine dreierreihe übereinander aber keine ahnung ja weil da habe ich also ich habe ja diese drei schubladen und ich habe da jetzt gerade die mittlere schublade geöffnet um eine maske rauszuholen eine schneemaske was ist laut hier ah ich muss hier mal eben ganz kurz ich habe die linse entriegelt ich kann jetzt wahrscheinlich in deine ich habe mal die soundeffekte auf die hälfte gestellt ich hoffe man kann mich wieder verstehen die linse entriegelt ja was heißt das ich habe hier so ein symbol mit einem auge das hat wahrscheinlich nichts damit zu tun entriegelt die drei schalter an der linse einstellen ach so sag mir mal was du siehst an der linse sind bei mir ist ein pfeil nach oben ein kreis mit einem strich und ein kreuz ist da als symbol da der pfeil nach oben steht deckrecht nach oben auch also bei 12 Uhr das kreuz wird 3 Uhr wenn man eine Uhr so nimmt und das andere steht genau gegenüber ähm über 18 Uhr oder? ne 20 Uhr keine Ahnung 20 Uhr ist das hast du die Symbole irgendwie? ne ich versuche hier grad schon Sachen anzuklicken ob mir dann irgendwas anderes angezeigt wird aber also die Symbole habe ich aber die hatte ich ja eben benutzt wo du mir die gegeben hast was war denn mit dem Teller hier eigentlich? ja weil ich muss die auf der Linse platzieren sind wir das Mädchen? also das einzige wo ich die Symbole hatte das war in diesen Koffer der aufgesprungen ist aber der ist jetzt offen da kann ich nichts mehr mit machen aber wenn ich diese Symbole nicht kriege dann und ich weiß welcher Position die sein müssen wirds dann schwierig hast du alle Räume wirklich durchgeguckt? also nichts mit einem Schachbrett oder irgendwas? ne also wir hinten irgendwo hin? ne die Halbert Wanderrücken da kann man was achso ich habe die Suppe ja dabei warte mal vielleicht kann ich da nein ok ich habe jetzt einen Teller mit Suppe hier drin aber das hilft uns auch nicht weiter aber das hilft uns auch nicht weiter hm die Frage ist also solange wir dieses Symbole nicht irgendwo verbunden kriegen das war die Uhr das war die Uhr aber das war die Sache mit den Streichhölzern aber da steht doch nichts anderes mehr drin warte mal das ist jetzt eine Uhr also das einzige was ich jetzt hier noch nicht gebraucht habe aber das hat nichts von dem was du jetzt gesagt hast kann ich da die Maske irgendwie drauf machen? ne ähm wie gesagt ich habe hier so komische Symbole von einem abgestorbenen Baum ein Würfel ein umgedrehtes Messer oder sowas eine Maske das hat aber auch nichts mit der Maske zu tun ich glaube das soll ein Schmetterling sein und ein Berg oder sowas und rechts habe ich halt ein Auge mit einem Kreis drum herum und darüber habe ich so einen Hirsch Kopf Auge mit einem Kreis hast du dir erstmal angeguckt also bei mir habe ich da einen Schlüssel reingemacht das war die Windsaal mit dem Schlüssel habe ich also ich brauche drei Schlüssel für meine Schubladen und einen davon habe ich hier benutzt ich muss das doch nochmal Ticken leiser stellen das ist ja sonst versteht man mich hier gar nicht mehr so ähm ach ja geht doch nicht immer da rein was anderes kann man hier auch nicht anklicken was halt komisch ist dass die Sachen hier fast umfallen ach jetzt kann ich auch die Bilder nicht mehr anklicken ich habe ja auch noch sechs Schalter ist da was bei dir irgendwo? ne ne? was für Schalter? so Kippschalter die ich umlegen kann sechs Stück sechs Stück sechs nach oben sechs nach rechts eventuell ne es sind alle also es sind drei es sind jeweils drei oben und drei unten drunter ja weil ich habe ja hier wie gesagt noch dieses Schachbrett das Problem ist halt ich kann hier so gar nichts mehr anklicken also ich brauche noch eine Kerze die finde ich aber nicht ich habe hier einen Sarg wo ich nicht weiß was ich damit machen kann ein Sarg? ja von Albert Wanderboom egal wo ich da drauf klicke da tut sich nichts wenn ich auf den Sarg selber klicke dann macht der das immer groß dann habe ich hier noch eine Vase mit einer Blume die ich eben noch so antippen konnte dass sie so ein bisschen hoch hüpft aber jetzt tut sich gar nichts mehr irgendwie ist da keine Symbolik irgendwo an der Wand oder sowas? vielleicht dass das eine Art Adresse ist mit den drei Schaltern? ich habe ja nur so eine uralte mega hässliche Tapete hast du irgendwie eine Ruhe? ne das bin ich aber mehr sagt die nicht eben ist doch irgendwas passiert als ich die sieben Uhr fünfzehn angestellt hatte oder? ach so dann ist der Wind hier angegangen das war es oder muss ich die jetzt wieder zurücksetzen? ne dann ist immer noch der Wind drin hast du ein... oder kann ich das Ding vielleicht... kann ich auch nicht rausziehen hier ne? hm naja hm was siehst du denn genau? also ich habe irgendwie die Befürchtung dass das mit dieser Tür zusammenhängt weil das ist das einzige was ich noch nicht gemacht habe also ich kann von dem Text her komme ich im Computer nicht weiter wenn ich die Linse nicht also die drei Symbole nicht so in Reihenfolge hinbringe auf dieser Scheibe dass ich in deinen Raum gucken kann du könntest aber in meinen Raum gucken wenn ich die Symbole richtig stelle warte mal ich habe noch ein Foto gekriegt kann ich das Foto irgendwo mir angucken? ach was für ein Foto ja das sehe ich eben nicht was da drauf ist das habe ich im Inventar das kann ich irgendwo benutzen hast du irgendeinen Bilderrahmen oder so vielleicht wo du das benutzen kannst? habe ich auch schon probiert ich habe alles überall eingegeben aber wird längst so angenommen warte mal wenn das ich bin ah behind the mask chapter one jetzt ist hier irgendwie grad alles weiß und nichts mehr bewegt sich warte mal jetzt habe ich hier das ist jetzt alles strahlend hell rose und albert da tut sich nichts da habe ich hier auch schon alles angeklickt jetzt ist hier alles strahlend hell aber es tut sich nichts hm aber der Wind hat zumindest schon mal aufgehört warte mal vielleicht kann man ne aber jetzt kann man immer noch nichts annehmen aber was ich halt bestimmt finde dass du die Symbole nirgends vor hast also wie gesagt ein Pfeil nach oben wie ein Schlüsselloch also ein Kreis und ein senkrechter Strich nach unten und ein Kreuz das kann ich auf der Linse in so Bereichen bewegen alle drei ich klicke jetzt hier gerade wahllos alles irgendwie nochmal an aber und du hast auch keine andere Uhrzeit oder irgendwas mehr ne 17.15 Uhr hast du irgendwo einen Spiegel ne gar nicht ne hast du in dem Spiegel vielleicht Symbole oder hast du vielleicht ne da habe ich mir jetzt die Maske aufgesetzt und dann ist was passiert deswegen habe ich jetzt gedacht vielleicht ne hast du auch einen Spiegel und kannst irgendwo reingucken ey warte mal hä ah ah moment hier hat sich was verändert du hast ein Pfeil nach oben ein Kreuz und so ein Lutscher genau die Frage ist wie musst du die wo einsetzen weil ich habe so einen Kreis mit Segmenten ja dann wie so ein Kreuz hast du da drin ne auch ja also unten wenn du von dem unteren aus gehst und zwei weiter nach links gehst da muss der Pfeil hin also nicht auf 9 Uhr sondern auf 8 Uhr ah ok ja und das andere auf 4 Uhr ist das Kreuz ja und auf 5 Uhr ist dieser Lutscher ja ich sehe es oh ich kann in deinen Raum gucken ich habe ein Mosaikbild so wie in der Kirche das ist ein Bild was da blinken gerade ein Schmetterling oben und da drunter ein Baum Schmetterlinge hast du sowas oh jetzt hat es sich umgestellt dieses Auge hat sich umgestellt also die Symbole also das müssen wir wahrscheinlich dreimal machen vermute ich mal ich habe hier zwei Bilder halt also wie gesagt das musst du dir erstmal merken das ist das rechte Gemälde also daneben ist noch ein anderes mit so einem Hirschkopf und äh da drunter ist ein Auge im Kreis das sind zwei wie eine Tür oder Fenstern sind das irgendwie kannst du jetzt die Symbole nochmal neu eingeben bei dir ja ich gehe raus warte ähm ja kann ich was soll ich eingeben ähm dann gib mal auf 2 Uhr diesen Lutscher ein bei ja auf 6 Uhr dann Pfeil ja und auf 8 Uhr das Kreuz ja jetzt habe ich von diesem Bild das gleiche Bild aber jetzt blinkt der Schmetterling oben und daneben so ein Gebirge ist das da drunter ist so ein Ritterkopf also und ganz unten sieht aus wie ein Messer der was so senkrecht steht ja und dann haben wir eine neue Runde äh äh ne nicht rausgehen hallo so ja mach mal auf 3 Uhr das Kreuz 3 Uhr ja auf 7 Uhr der Lutscher ja ja und auf 11 Uhr ähm der Pfeil so ja jetzt äh blinkt oben das äh also es weiß so dass äh der Schmetterling ganz unten ein Kreuz äh äh ein ein Cube also so ein Söffel und rechts das Messer ja und es dreht sich wieder ah warte mal aber die Tür ah ich kann jetzt in den Raum dahinter da haben wir ein Geigenmännchen hängen das ist ja süß kann ich den mitnehmen lass mich den mitnehmen bitte komm das ist ja süß achso jetzt soll ich Sichtkontakt mit der Person in der Vergangenheit hergestellt die 6 Schalter einstellen und Diskette einlegen sorry das ist dein Auge glaube ich gerade gewesen hallo ich muss die 6 äh ja kann sie jetzt einstellen ja ich hab mich nur gerade zu erschrocken ähm warte mal könnte ach ne es ist ein Bild hier oder ne da brauchen wir hm warte mal ich geh mal kurz zurück ich mach erstmal hier die Kerze hier rein und da müssen wir die wahrscheinlich anzünden genau kommen wir so ein bisschen vor wie hier in der Kirche wenn die dann da die oh ah da ist ein Schlüssel drin ha ok ich bin von links gekommen kann man das hier öffnen das kann man noch nicht öffnen macht er auch nix was ist das hier oh mein Gott Knochenfleischblut Zahn keine Ahnung Nasenschleimhaut oder sowas und ein Ohr wird hier abgebildet ah Moment hast du diese Dinge da also so eine Tropfenform ein Ohr und ein Zahn ne hast du 6 Schalter in 2 Reihen ja 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 dann mach mal runter runter hoch also von oben angefangen oder was ja ja von oben ja und dann die untere Reihe und dann hoch runter hoch ah ja die Diskette ich habe eine Diskette gekriegt gelbe Diskette warte mal einstellen gelbe Diskette einlegen wahrscheinlich muss die doch jetzt hier rein oder ja warte mal ich muss mal kurz eine Schublade aufmachen glaube ich ah ja Extraktionsprogramm wird geladen du wirst jetzt extrahiert ich werd extrahiert ich hab ein Tagebuch gefunden oh es kommt ein Albert Wanderboom Code übermitteln und Enter drücken ähm also das A blinkt merkt ihr das mal das A blinkt das R blinkt das T blinkt das N das B und das M warte 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 A R A T hat sie gesagt A R T ja N B und M also die blinken in diesem B und M ja jetzt habe ich das aufgeschrieben auf dem Zettel wo ich es nicht drauf schreiben soll aber egal die Frage ist brauchst du die die nicht blinken auch das ist da gibt es ja auch welche die jetzt eben weiß nicht ob sie das auch also der ganze Name ist Albert Wanderboom mit Doppel O und V A N ja das bringt mir jetzt gerade alles gar nichts und die Frage ist jetzt ja aber das scheint ein Code zu sein also ich habe ich habe ein Ohr gefunden das heißt diese drei Symbole die müssen irgendwie mit mir zu tun haben ach warte mal stand das nicht auf dem warte mal hast du den Sarg drauf? ja ja nach öffnen also nach öffnen des Sargs die Sicherheitsabfrage beantworten was liegt Albert Wanderboom am Herzen Moment A das sind vier Buchstaben habe ich nur T und dann N hast du gesagt B und M ähm der Sarg geht auf ja und da bist am Herzen was liegt im Dach da liegt an seinem Herzen muss was liegen Moment erstmal habe ich hier einen Altarschlüssel gefunden am Herzen da ist ein Brief drin versteckt und guck mal ach das war mein Püppchen ähm kannst du vier Buchstaben eingeben? ja ja kann ich R wie Richard warte ich muss ich durchzeppen oh stopp ja weiter äh V ja D wie Dora ja und B wie Bernd ja die Person in der Vergangenheit platziert den Altarschlüssel und erhält drei Substanzen Knochen, Fleisch und Blut Anleitung auswählen für Knochen kann ich eine Anleitung wählen oder ich kann für Fleisch oder ich kann für Blut eine Anleitung wählen ich muss jetzt mich entscheiden was muss ich jetzt machen du kannst nur eins nehmen ja eins muss ich dann und dann muss ich Enter drücken warte mal achso oder kannst du die nach und nach eingeben ich hatte die ja eben weiß ich nicht ich kann mal Knochen erstmal machen ne ne ich kann hab dir ja eben gesagt warte mal wo war das hier also ich kann ich glaub für jeden ist eine Anleitung jedes brauchst du wahrscheinlich du brauchen alle das ist für dich eine Anleitung achso hier Knochen, Fleisch, Blut steht da drüber ich sag dir mal was du mit Knochen machen musst oh Klappe wird entriegelt warte mal hinten zur Klappe gehen die Zahnsequenz an der Person in der Vergangenheit übermitteln Knochen erhalten warte mal Zahnsequenz ich leg mir hier mal einen Zettel hin nicht dass wir hier noch mehr Sachen aufschreiben müssen also also das ist jetzt eine komplette Reihe mit vier sechs acht zehn zwei Zehner Reihen also das sind praktisch übereinander also zwei mal zehn Reihen mit zu Knöpfen ne ne aber in der unterste Reihe warte mal warte mal ich kann hier einen Knopf rein machen genau genau der neunte fehlt unten der letzte unten vorletzte und hab einen Mundspreizer bekommen ein Bleistift ähm ich hab hier einen sechsstelligen Kot noch drin und einen Diamanten ja Diamanten nicht aber so einen Edelstein da drunter kannst du damit was anfangen das musst du dir merken aber ich sollte dir was machen Moment das Buch habe ich oben drauf geschrieben da steht Albert Wanderboom Tagebuch achso Moment als Kind fing ich einen Schmetterling er gehörte mir aber meine Schwester stahl ihn und da habe ich dann so vier Vierecke Ida sie hat mein Herz gebrochen die Geburt meiner Tochter Rose war mein größter Erfolg im Leben ich habe das Würfelgerät entwickelt um eine Verbindung zur Zukunft herzustellen achso schade ich dachte das wären jetzt vier also ich werde jetzt gefragt hat die Person in der Vergangenheit Knochen erhalten äh noch nicht Moment was mir jetzt gerade Sorgen macht wenn ich ein Schach spiele und das bin ich also das habe ich verliere endet mein erstes Leben meine schwarze Seele wird noch in der Zukunft bestehen und auf Wiederbelebung warten achso in deiner Zukunft also du musstest mich dann wiederbeleben wenn was ist merkt ihr das schon mal ich verstehe noch nicht was die mit der Zahnsequenz jetzt hier meinen so warte mal jetzt muss ich erstmal wieder zum Sarg gehen da muss ich das Ding wahrscheinlich öh hab ich mich gerade erschrocken welchen Zahn darf ich ihnen denn heute ausreißen Moment die haben gerade gewackelt ah warte mal eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn zwei Zehner rein ne einer nur der vorletzte also der neunte aber das sind eigentlich zwei Zehner rein ja zwei Zehner rein und der von der untersten von der untersten Reihe der vorletzte den musst du mal ziehen ja aber ich kann die nicht ziehen irgendwie musst du den weil der blinkt bei mir blinkt ja oben links der zweite fängt dann an zu wackeln aber ich kann die halt nicht nicht hier rausholen genauso mit dem ah warte mal der zweite fängt an zu wackeln hast du gesagt ja der zweite oben fängt an zu wackeln ja pass auf dann mach mal den vierten oben bewegt den mal zieht den mal raus weil der blinkt jetzt bei mir ja ich hab's verstanden macht er wackelt da mal ah dann wackelt unten der dritte dann drücke ich den jetzt ja habe ich auch jetzt ähm machen wir in der untersten Reihe den äh die sechsten Zahn äh mach da mal was zieh den mal äh dann oben der siebte äh deswegen wackelt der eine auch und der andere der neunte von oben der neunte von oben ja dann wackelt unten der 245 ja und jetzt in der oberen Reihe der sechste bitte ich hab den Zahn aber wie komme ich an dieses komische Ohrenschmalz ähm du hast du es jetzt oder was weil er blickt immer noch bei mir sind noch irgendwie hast du den gezogen was ist da nichts mehr aktiviert worden ne Moment ich muss erstmal wieder zurück und den hier einlegen äh wie war das jetzt der Zahn war unten drin ne aber du hast doch die den sechsten oben betätigt ne und dann ist keiner okay das hat jetzt gewackelt ne ich hoffe das war jetzt richtig weil mehr kann ich jetzt hier nicht machen also ich hab den jetzt da reingelegt hm also die Frage ist jetzt was hat das hier mit zu tun dem sein Tagebuch als Kind fing ich einen Schmetterling er gehörte mir aber meine Schwester stahl ihn ja was ich kannst du ein Schmetterling vielleicht irgendwo finden ja ja bei mir ist ein ist ein äh unten weil bei mir ist er weggeflogen ne bei mir ist ein Schmetterling als Papierblatt auf dem Tisch aber versuch dir mal irgendwie anzuklicken ne kann ich nicht hab ich schon probiert auch nicht auf dem Bild oder so vielleicht ne aber das Problem ist was ich ja noch habe dass hinten das bei mir anscheinend noch nicht fertig ist weil er fragt mich hier vorne auch immer noch die Zahnsequenz an die Person der Vergangenheit übermittelt hast du jetzt einen Knochen erhalten wie gesagt ich hab einen Zahn erhalten keinen Knochen ja entweder ist es ein Fehler oder pass mal auf ich mach mal hier ich bestätige das mal jetzt ist wahrscheinlich alles kaputt ja jetzt hat das abgehakt hier den Knochen den Zahn hat er abgehakt ne Knochen hat er abgehakt jetzt wäre ich ich wäre jetzt bei der nächsten ich wäre jetzt bei Fleisch könnte ich jetzt eine Anleitung kriegen mach ich mal ja Klappe wird entriegelt ähm zur Klappe gehen die Person anfangen soll alle Herzen entzünden und das Tagebuch platzieren Tagebuch ist drin erhalt des Dias übermitteln Fleisch oder welche Klappe ah da Tagebuch ist drin aber ich habe Kerzen entzündet eben und da habe ich einen Schlüssel dann bekommen hast du jetzt ein Dias bekommen ne ja ich bekomme das ja auch nicht achso oh ich habe einen Schach ein Dias mit zwei Schachfiguren da spielt der Typ Schach irgendwie aber da sind vier Ecke drauf oben in der Ecke ist ein warte mal Schach 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 das hatte ich ja eben mehrfach gefragt sind da so vier Ecke auf dem Schach Sonst wäre es ja kein Schachbrett ja aber nur vier Stück das ist so ein Bild irgendwie wo denn genau die sind oben in der Ecke also das Bild also bei A6 ne so kannst du das nicht dingsen ne ne also es ist ein weißes Viereck und es sind drei also durchsichtige Vierecke mit Rahmen sind da drin sind da drin aber wenn du sowas nicht hast als schwierig ja ich habe wie gesagt nur das Schachbrett oh es geht weiter ich habe jetzt so eine komische Schattenfigur die liegt so in Embryo Haltung also ein bisschen spooky gemacht mit zwei leuchtenden Augen und die Hände so wie so ein Apfel verschränkt ähm und da sind auch wieder vier das sind die Dia wohl sein und das ist das rechte Dia von oben also hast du irgendwas mit Dia bei dir? du meinst jetzt sie zum angucken nehme ich mal an ja ja ne du hast auch nichts mit in der Nase jetzt habe ich den Typ den Typ nochmal mit dem Baby auf dem Arm das ist Dia 3 anscheinend und eine Frau die guckt ganz grimmig und ach warte mal oder ist das das was ich dir eben vorgelesen habe Moment ich habe ja gesagt als Kind fing ich einen Schmetterling mit Schmetterlingen siehst du da nichts ne warte mal jetzt kommt ah jetzt kommt ein nochmal der Typ der repariert irgendwie einen Kasten mit dem Schraubenzieher ah wo jetzt habe ich das Kind mit dem Schmetterling also ich habe einen Typ mit dem Schmetterling das hat sie in der Hand und da ist so ein kleines Mädchen daneben noch das könnte das sein oder ist das nicht ja hier steht aber meine Schwester stahl ihn also ich weiß jetzt nicht also ich bin die Frau du bist irgendwie die Zukunftsfrau wenn ich das richtig verstanden habe also müssten wir eigentlich also die Symbole sind halt wichtig und irgendwie die Bilder aber wenn du mit den Symbolen nichts anfangen kannst wie gesagt nach dem Schmetterling kommt das mit Ida hat mein Herz gebrochen dann deswegen habe ich ja so aufgehorcht die Geburt meiner Tochter Rose war mein größter Erfolg im Leben ja das ist hier hier ist ja was kann ich die die ach so ich muss die vielleicht raus warte mal kann ich die rausnehmen nee ich kann die nicht rausnehmen ich kann die nur mehr angucken ich kann die nur mehr angucken kriegt die Tochter nicht mehr ah da so da ist er mit dem mit der Geburt mit dem kleinen Baby auf dem Arm aber was kannst du damit machen man ich bin immer da soll alle Kerzen entzünden hast du alle Kerzen entzündet äh ja da habe ich einen Schlüssel bekommen und das Tagebuch hast du platziert da lese ich gerade raus warte mal ich habe dir den Inhalt der Dias übermitteln und dann ah Moment warte mal warte mal warte mal die Dias kannst du dir aber nicht angucken wie du hast doch was gesagt mit vier vier Ecken oder nicht da ist immer vier Ecke oben vier vier Ecke was was ist bei der bei der Geburt also da ist das links in der Ecke unten links unten so warte mal und den Schmetterling hattest du auch hast du gesagt ja wo ist das dunkel sag ich jetzt mal ich muss jetzt den Schmetterling das rechts unten rechts unten mhm irgendwas mit einem gebrochenen Herzen ist da auch bei mhm das ist das ist wohl warte mal da das ist gar kein Schach das ist er der Typ mit zwei Figuren nicht da drauf achten irgendwas mit gebrochenem Herzen ist da auch was bei ich guck gerade eine Frau ist dann noch da aber die da ist nichts mit dem Herz ne würde ich nicht sagen also gebrochenen Herz sehe ich jetzt nicht irgendwas mit einem Würfelgerät ja das ist wo er das repariert hier willst du da wissen wo der warte mal ja da ist auch unten rechts der unten rechts mhm und du hast gesagt da ist auch ein Schachspiel bei äh ja also würde ich sagen das naja das sind halt zwei Figuren aber ich weiß es sieht aus wie Schachspiel wo ist das denn äh warte mal da ist es oben links der der weiße äh Viereck das weiß Viereck meine schwarze Seele wird noch in der Zukunft bestehen und auf Wiederbelebung warten das wäre das letzte da hast du Fleisch erhalten achso ähm achso das willst du wissen ja das kann ich dir auch sagen warte mal das war der Typ nämlich der da so schwarzt du bist der Blitzmerker äh das ist oben rechts weiß oben rechts tut sich aber nichts Moment mal da müssen wir doch irgendwas mit das Herz gebrochen haben ja aber das könnte warte mal ist das ne das ist die Geburt ja ist das das Mädel hier aber das Mädel das sieht nicht aus wie Herz gebrochen ja wenn die traurig guckt oder zu Boden guckt ja die guckt traurig na traurig nicht die guckt irgendwie aggro finde ich also naja wo ist das denn oben rechts auch das ist auch das einzige was wir noch über haben jetzt ist das zugegangen und ich kann nichts damit machen hm du müsstest dein Fleisch erhalten haben ach ich musste raus gehen ne das ist ein Messer hä also Messer hast du gekriegt oder wie ja achso warte mal kann ich mit dem Messer jetzt die Leiche schändeln vielleicht ja wahrscheinlich oh ich hab das Ohr abgeschnitten also hast du Fleisch erhalten ja stimmt das ist auch ein Ohrsymbol hier ähm aber ich brauch noch den Rotz aus der Nase der kommt noch der kommt jetzt oh mein Gott ist das ein Spiel jetzt kommt das Blut achso das soll Blut sein Klappe wird entriegelt zur Klappe gehen Informationen auf dem Ausdruck an die Person in der Vergangenheit übermitteln und das Geheimfach finden Blut erhalten das ist das wo ich eben gesagt habe da ist ein sechsstelliger Code drin und so ein ahja ich hab die Klappe da ist ein Terminal das hat oben Buchstaben und unten Zahlen also x, y, z ist oben und unten ist 1, 2, 3 und jetzt musst du mir weiterhelfen kannst du die auch ändern also die Buchstaben in Zahlen oder ich kann die nur runter drücken ich muss die eingeben achso dann mach 3 ja x ja z ja y ja 2 ja 1 jetzt vibriert es und da kommt eine also ein Hinweis liegt hinter dem Baum kam als Zettel daraus hinter dem Baum der einzige Baum den ich jetzt gerade spontan im Kopf habe ist hier ah ah woher wusste der jetzt dass du das jetzt gemacht hast oder das geht schon es kann natürlich sein dass das geht dann in dem Moment wo ich das andere gemacht habe da habe ich jetzt wo das aktiviert wird nochmal einen sechsstelligen Code kannst du den nochmal eingeben äh warte mal ich bin auf der anderen Seite ähm ja sag mal x ja 2 mhm y mhm ja 3 äh und ein Z ist das glaube ich ja äh ein Hinweis liegt im eigenen Abbild ja dachte ich mir schon dass das äh ne dann vielleicht der Spiegel und Abbild ist ja du dein Abbild wahrscheinlich das oh der Spiegel blutet äh ja muss neu eingeben mhm y ja x ja 3 mhm 1 ja das müsste Z sein und 2 ja passiert was äh jetzt habe ich eine Karte von einem Raum als Draufsicht da ist unten also wenn man es von also das untere sieht ist der Sarg mit rechts so einem Kreis und so einem Geraden auf der anderen Seite dann links ist eine Art Schreibtisch würde ich sagen und weiß nicht ein Viergegenstand und das dass der dein was du suchst das soll rechts sein direkt äh so ein Viergegas Teil neben also wenn der Sarg unten ist wenn man von oben drauf guckt auf den Raum halt ne da ist ein runder da ist ein runder Tisch ist da ein runder Tisch und ein Stuhl ja ja daneben muss ein Gegenstand sein ich weiß nicht was das sein soll ob das ein Fernseher ist oder ne daneben soll er ja warte mal hier kann ich was abziehen ah ich habe einen Löffel okay ähm ich habe noch einen Code hm x ja z ja y zielern 3 ja 1 und 2 eine heiße Suppe essen und eine Gabe erhalten also du musst die Suppe essen die wahrscheinlich auf dem Tisch stand da oder kann das sein ah jetzt habe ich den Stein der weiße ne das ist äh vielleicht ein Jahr der Stein oder so das war es nicht Moment hier wollte ich hin da muss ich den bestimmt da rauf legen ja genau jetzt habe ich ein Wattestäbchen und eine Flasche soll ich jetzt das Blut was sich nicht mehr im Körper befindet da raus holen oder was also kein Kot mehr äh ne kein Kot mehr Moment äh ich wollte gerade sagen habe ich den Sack jetzt hier so gib mir mal deine Nase hier ne meine Küsse nicht äh 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 es ist ekelhaft es ist ekelhaft das will ich nicht oh je oh ich habe glaube ich die Hirnhaut getroffen es blutet auf jeden Fall sehr stark ähm ähm gut wo ist das Ding hier das Blut muss ich da oben links rein machen glaube ich naja und das Ohr dann da Bone Flash and Blood hat ich habe warte mal die Person in der Vergangenheit platziert den Altarschlüssel und enthält drei Substanz achso das ist die Einleitung ja meine geliebte Tochter Rose wenn du diesen Brief liest hast du das Gerät das ich entwickelt habe bereits aktiviert bei korrekter Anwenden Anwendung hilft es der Person im Jahr 1984 das dürftest du sein oder war ich gerade mal drei Jahre alt deine Aufgabe ist es deine Aufgabe ist das Knochen Fleisch und Blut in die Zukunft zu schicken um den Wiederbelebungsprozess zu starten in Liebe dein Vater Albert also wie gesagt ich habe eine Münze bekommen ne ich habe 1984 eingegeben und bei mir sind sie Kassette rausgekommen aus dem Gerät die nehme ich jetzt mal Kassette einlegen und die Uhrzeit übermitteln Schachbrett öffnen und zusammen Schach spielen ach du Scheiße warte mal ok ich muss erstmal die Kassette einlegen Schachbrett habe ich geöffnet ich mach mal Play 19 Uhr 45 achso äh muss ich dann oh oh ich habe einen Schraubendreher gekriegt 1945 ne mhm ja hier vibriert gerade alles bei mir auch warte mal die Pflanze ist gerade runtergefallen ist doch ein Schachspiel zusammen ah ich habe einen Schlüssel erhalten ja Moment Moment ähm Schlüssel ich brauche jetzt erstmal eben die dritte Schublade da habe ich einen schwarzen und einen weißen da kann ich wahrscheinlich weiß wählen weiße Schachfigur ne ich kann beide mitnehmen ok ach du musst mir wahrscheinlich sagen wie die Züge sind nehme ich mal an so pass auf ich bin jetzt auf dem Schachbrett ja Moment ich muss gerade mal was äh äh warte mal der weiße König sage ich jetzt mal steht auf F1 und oh jetzt hat sich gerade was bewegt ok ok ja ich habe das Schachbrett gefunden warte mal warte mal ich schreibe mir das mal auf nicht dass wir hier aus Versehen also hier steht der schwarze äh Turm müsste das ja hä ne ja ich habe hier Männchen also bei mir sind es nur so Bricks also so so Pucks halt ne einfach ne keine Figuren ähm auf A1 ist schwarz auf F1 ist weiß weiß aber bei mir ist er jetzt von F1 auf F3 hochgegangen habe ich auch gemacht und jetzt geht schwarz auf A von A1 auf A5 wie wilde achso das sind Dame dann ok ne das ist ein Turm oder äh äh stopp weiß ist jetzt auf A3 gegangen A3 ja ja jetzt ist die Dame diagonal rüber gegangen von äh A5 auf D2 von A5 auf achso D2 ähm der andere ist auf C1 runtergegangen ich schreibe es mir nicht mehr auf das ist mir grad zu viel ja dann ist schwarz auf B2 gegangen B2 das ist ne achso ist das Dame gegen Dame die die auf jeden Fall auch von C1 auf C6 ja ja und dein äh das schwarze ist auf F6 gegangen komplett hoch der schwarze auf F6 der andere der weiße auf A ok hat sich schon was geöffnet auf A1 ich weiß nicht ob das auch noch machen muss ich muss hier ne Münze ne ich muss eine Münze holen ja wie soll weiß auf A1 gehen das geht gar nicht das fragt mich nicht ich glaube es soll ein Turm sein und der andere eine Dame aber ich bin mir nicht sicher ja weil hä ja der war doch auf D D6 glaube ich und ist auf A6 wie gesagt gegangen auf A6 A1 hast du gesagt das geht ja jetzt ich hab ne Diskette gekriegt ok die muss ich einlegen aber was mach ich mit den Münzen beide müssen das Schachspiel zu Ende spielen um die rote Diskette zu erhalten das haben wir gemacht ne die hast du bekommen ich nicht ja und jetzt und was machen wir damit kann ich hier unten nicht reintun ich hab die rote Stromstoßprogramm wird geladen ich hab die rote Diskette mal reingetan was? Aua äh 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 komische grünende Männchen die Person in der Vergangenheit legt die Münzen auf die Augen des Toten ach du das kann die Seele beschädigen ne ne das soll ja eigentlich den Übergang gewährleisten könnte auch sein dass ein schwarzer Schatten draus wird ähm ja der kommt gerade aus dem Sarg raus und krabbelt von mir weg äh sieht das aus jetzt krabbelt der gerade den heißen Ofen hoch und hat den jetzt ganz kalt gemacht also das Programm verursacht eine Überspannung wird das wird die Energie korek gelenkt entsteht eine neue Verbindung zwischen der Vergangenheit und der Zukunft ein goldener Würfel äh äh bei mir ist alles rot es ist fast soweit äh bei mir ist etwas aufgeplatzt keine Ahnung Rauchausstoß regulieren ah die 6 Schalter einstellen Sichtkontakt abbrechen ja ja Schalter Sicht welche was soll ich da einstellen äh oben oben unten oben oben unten ja und dann auch nochmal oben oben unten ja Sicherung habe ich rausgenommen warte mal wo muss ich die hin tun äh äh hä fertig rauchen fertig Sicherung platzieren um den Gerät ach so warte mal hier? ne da kann sie nicht rein oder? oh äh guck mal bei dem Auge eventuell du musst mir helfen sagt er wo kommt die Sicherung hin? ich habe hier dieses Symbol ich habe das Symbol mit dem Auge mit diesen drei mit dem Kreuz und dem Pfeil und dem Lutscher äh kannst du da irgendwas machen? Moment ich warte mal an den Stromstoß hier bin ich äh äh ich soll ich hä ich habe nur eine Sicherung aber das sieht aus als wenn ich drei brauche dann geh doch mal zu dem Auge welches Auge? wo wir eben drei Runden gemacht haben mit dem ja 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 und was soll ich da machen jetzt? äh das Kreuz auf 3 Uhr ja ist es? äh den Lutscher auf 6 Uhr äh ja und den Pfeil auf 9 Uhr ja jetzt habe ich eine eine Frau mit einer Maske mit zwei ohne weißen Maske unsere Augen das bin ich da ist hinterher ein Schatten dahinter und ein Kronleuchter ist rechts wo vier Lampen äh wo vier Kerzen an sind die mittlere ist aus auf der linken Seite ist kein Kronleuchter also das sieht der Sarg ist im Hintergrund hilft der jetzt weiter? ja das ist der oh ich kann ja draufklicken da kommt der schwarze Mann oh da habe ich mich jetzt erschrocken ja der ist bei mir jetzt auch hier aber fuck ah ich habe eine Sicherung Mann ey muss das sein? was hast du gemacht? warte mal ja ich habe auf die drauf geklickt und dann kam der in mein Bild so ganz groß oh jetzt habe ich die zweite Sicherung ich brauche noch eine kannst du auf den vielleicht nochmal weiter drauf klicken weil bei mir macht der jetzt immer das gleiche glaube ich ne er sagt wieder du musst mir helfen und dann ist er jetzt weg ja aber der ist weg bei mir und dann ist er wieder hier oben warte mal ach äh geh nochmal zu diesen drei Reihen wo du fünf Schalter hattest ja ja da muss ich was machen sag mal den letzten wie den letzten? den letzten Schalter ja den zweiten und weiter und den vorletzten also den vierten ja jetzt habe ich die andere Sicherung auch boah boah ist es äh macht der Geräusche jetzt sitzt der wieder am Anfang wo diese Symbole mit den Schaltern sind Hebeln für den Stromschwurs entriegeln ziehen um das Programm auszuführen ich mach das jetzt ne das sieht aus wie die Selbstzerstörung bei Manic Mansion das ganze springt dann in die Luft 21.10 Uhr steht da in 21.10 Uhr haben wir ach das ist kein Affe das ist mein Kabel von meinen Kopfhörern äh Moment was für eine Uhrzeit? auf 21.10 Uhr eingestellt 21.10 Uhr oh jetzt ist jetzt ist nicht wieder da ach du scheiße überall hallo kannst du das nochmal wieder rückgängig machen hier sind überall Blitze hat die Person in der Vergangenheit den goldenen Würfel erzeugt und im Würfelgerät platziert nö ach warte mal der steht hier gerade und ist die Blitze am auffangen wir müssen diese Energie aus dem Jahr 1984 verwenden um eine neue Verbindung mit der Zukunft herzustellen äh einen goldenen Würfel genau ach den stellt der gerade her ja und dann musst du den in den Würfelgerät den hab ich jetzt ja guck mal wo das Würfelgerät ist woher soll ich das wissen ach warte mal da war aber ich hab dir doch gesagt dass da so ein Bild war äh äh das kommt jetzt nicht mehr ach so klar weil die Tür offen ist ach Moment das hier ist für den Würfel ja jetzt sehe ich dich in einen oh Gott in einen Raum wo oben zwei Schläuche hängen äh mit einem mit so einem Bürostuhl und einen Tisch und ein Radio auf dem Schrank glaube ich pass auf beide müssen den Pfeil nach oben drücken und 10 Sekunden gedrückt halten beide müssen gleichzeitig drücken und halten das heißt äh hast du einen Pfeil nach oben da irgendwo ja dann machen wir das auf 3 ja ja für 10 Sekunden ja also 1 2 3 1 2 3 4 5 6 5 7 8 9 10 Aua Hilfe Sterbe die Zukunft Kapitel 2 Kapitel 2 die Vergangenheit Oh Gott Oh Gott ich dachte wir sind jetzt durch wieso ist das erst Kapitel 2 The past has changed Müsste man einen Cut hier machen vielleicht Ja irgendwie Oh Gott Klicken und ziehen um einen gewünschten Bereich Ah 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 Ok Klicken um mal rein zu zoomen Ach du Schande Du hast vom Tetris gesprochen Warte mal kurz Naja auf dem Bildschirm Naja auf dem Bildschirm Ich habe übrigens einen Wiederbelebungsprozess ne In meinem vergangenen Ich Achso das war das alles 10 Weil dann noch Also Wiederbelebungsdrank mit Strom versorgen Äh Tank Nicht Strang Also Ich hätte hier einmal den Text Willkommen zum Würfelgerät 002C Wiederbelebung Knochenfleisch und Blut Das ist meine ich die gleiche Reihenfolge Ähm In dieses Gerät übertragen Dieses Gerät unterhält den Raum der Person in der Zukunft Ach bist du jetzt in der Vergangenheit oder wie? Also ich Code eingeben um Verbindung zu bestätigen Das sind diese Also ich habe auch einen Code Ich habe einen Code für ein Würfelgerät in der Vergangenheit Das soll ich übermitteln Soll ich dir den mal sagen Aber ich bin in der Zukunft jetzt Soll ich dir den Code mal sagen? Ja wenn du auf meine Frage antwortest Ich brauche einen Code mit 123XYZ Ja Z1 X2 3Y Ja X2 3Y X2 3Y Oh Gott Anleitung Die Person in der Zukunft legt den schwarzen Würfel in 109 Jetzt bist du jetzt wieder in der Zukunft Ich denke ich bin jetzt in der Zukunft Code übermitteln Hast du so ein 3x3 mit 4 Ecken? Äh Warte mal Ich habe hier erstmal gerade einen schwarzen Würfel Was soll ich mit dem machen? Irgendwas hast du auch gerade gesagt was ich machen soll Hast du was mit 3x3 mit 4 Ecken? Nee Hast du was mit Rot, Weiß, Schwarz? Nee Hast du was mit Rot, Weiß, Schwarz? Ich habe eine Streichhautschachtel habe ich Und ich habe einen schwarzen Würfel und ich kann aber mal raus zu Also hast du jetzt doch einen Würfel von 3x3 Nee Das ist ein schwarzer Würfel So was hast du noch gesagt was ich noch haben soll Also hast du nur eine Fläche auf dem Würfel Ja im Moment habe ich sie im Inventar Ich kann sie links Ah warte mal soll die nach 109 rein? Wie gesagt hier steht Die Person in der Zukunft legt den schwarzen Würfel in 109 Mache ich jetzt gerade Habe ich gemacht Ich nehme an das ist das Schachtbrett oder was Keine Ahnung Ja aber jetzt habe ich was soll ich dann noch irgendwas aktivieren Weil hier ist noch eine Fafel Hast du jetzt was mit Farbe oder mit Schwarz-Weiß mit 4 Ecken? Schwarz-Weiß mit 4 Ecken Dann Wie auch immer du das machen kannst Ich habe links schwarz alle untereinander In der Mitte alle weiß untereinander Und rechts alle schwarz untereinander Ich denke mal weiß heißt so viel wie rein drücken oder aktivieren oder irgendwas Oder vielleicht kannst du dir auch anders fern Warte mal Also ich habe 3 Reihen A 3 4 Ecke Die oberste Reihe soll ich alle schwarz machen oder? Nein die erste Was ist für dich die erste? Die erste Spalte So recht Spalten sind senkrecht Reihen sind über waagerecht Ja aber so Ja und weiter? Die zweite Spalte weiß Ja Und die letzte? Die dritte Spalte schwarz Ja jetzt wird der Würfel angezündet Eine Kerze Uhr Rose Jetzt sehe ich das Bild von dem Schattentypen wieder in dem Ding Jetzt kann ich wohl irgendeine Uhr Hier ist eine Uhr mit Knochen Fleisch und Blut Das wäre dann rot Weiß Schwarz Weiß müssten dann die Knochen sein Also Blut Knochen Was ist das schwarze? Ist das das Fleisch dann? Ja warte mal Aber ich habe jetzt eine Uhrzeit eingestellt Und zwar ist hier jetzt Dreht den Schalter und übermittelt Zeiger Also 5 nach Was soll denn das sein? Wieso 3 vor allen Dingen? Also ich würde sagen ist Viertel Ne 5 nach 11 ist es Geht mal 11.05 Passiert da was? Ich schreibe auf 11.05 wofür? Weiß ich noch nicht Hast du jetzt die drei Sachen gemacht? Nein ich kann die nicht machen Ich muss mal eben zu dem Wo ist das da? Du hast es ja jetzt eben gesagt Also rot, weiß, schwarz Oder eben Blut, Knochen, Fleisch Müsste das sein Also ich soll Wiederbelebungstank Soll ich erstmal mit Strom noch versorgen Das habe ich noch nicht gemacht Das fehlt noch Bevor ich mit dem Blut Warte mal Oder kann ich das machen? Weil ich habe doch hier Hier das Blut Knochen ist wahrscheinlich dann der Zahn Und das Ohr ist dann das Fleisch Also Blut, Zahn, Fleisch Moment, ich guck mal eben Blut, Zahn, Fleisch Die hätte ich Hier wäre auch noch Blut Da kann ich nichts machen Ich habe noch ein Glas aufgenommen Kann ich da mit einem Glas voll Wasser machen? Du hast jetzt was von 11.05 Uhr gesagt Aber ich habe hier keine Uhrzeit Dreht den Schalter Meinen die vielleicht hier unten das? Achso, Blut Also ich habe drei Ich habe rot, weiß, schwarz Das Da habe ich Rot, weiß, schwarz Das wäre jetzt auch Ich schreibe mir das mal eben Bevor ich das sonst wieder vergessen Da habe ich drei Drei so Plättchen Das Problem ist Wenn ich jetzt 11.05 Uhr damit einstellen würde Ich habe ja drei Plättchen Was mache ich dann? Ja, hier ist noch ein Sekundenzeiger Warte mal Also der Sekundenzeiger ist für mich Irgendwie auf 15 Sekunden nach Also 5 Also 11.05 Uhr Und 15 Sekunden Das Ja, aber dann müsste das das Schwarze doch sein Und da ist er nicht drin Achso, warte mal Wie sehen die Zeiger aus? Wie sehen deine Farben? Du hast gerade Farben gesagt Ja Mehrfach vorgelesen habe ich rot, weiß, schwarz Ja, das habe ich ja auch Da ist aber Ja, da ist der Schwarzzeiger Auf der 11 Der rote Okay, das wäre ganz anders Warte mal Der rote Oh, das kann ich gar nicht Ja Wäre auf der 1 Und der weiße Wäre auf der 3 Vielleicht musst du das so einstellen Ist das bei der Rote oder was ist das? Hm? Okay, da ist eine Oma Das müsstest du sein Und so Wie keine Oma Doch Und so ein Ähm Dieser Schatten, den wir vorhin gesehen hatten Ja In der Embryohaltung, sag ich mal etwa Ja Genau, der ist bei mir auch drin, ja Und jetzt Aber ich kann nichts anklicken und nichts Jetzt ist er die am anpupsen oder was? Der ist jetzt hier irgendwie da drüber Was bringt mir das jetzt? Kannst du da irgendwas mit machen? Ich soll diesen Betranken, diese Maschine mit Strom versehen Aber ich habe nichts, um die mit Strom zu versehen Ach, ich hätte rausgehen Nein, das ist nicht dein Ernst Ich gucke mir die ganze Zeit dieses blöde Video an da drin Und hätte rausgehen müssen, um den Musikschlüssel zu kriegen Oh Dieses Spiel macht mich wahnsinnig Moment Den kann ich wiederum hier einlegen Dann Kann ich eine Tonleiter spielen Und Radio 78.3 78.3 Ja, und Klaviernoten halt, habe ich hier von C bis B Ach, da oben ist das Radio Was war das? 78? 78.3 A, E, A, B Moment, du warst gerade abgehakt A, E Nee, G G A, B Kann man das zurücksetzen? A, G, A, B A, G, A, B Dann haben wir den Sender 114.3 Sag mir doch gar nicht, der drin bleiben soll Wie lange spielen wir das Spiel jetzt schon? Über eine Stunde? Also C, D, E, G C, D, E, G Soll das alle meine Endchen werden? Dann den Radiosender 103.7 Wir nähern uns eins live Äh Warte mal E, D, E, C E, D, E, C Ich komme mir ein bisschen vor wie bei Loom Kennst du das Spiel noch? Hm Ah, jetzt haben wir 90, also 89.1 War das nicht 90.1? B, A, G, A B, A, G, A Demnächst singe ich mit Okay, ich habe jetzt einen Zahnschlüssel Äh, und hier unser Mr. Schatten macht gerade so eklige schmatzende Geräusche und wird wahrscheinlich gleich in mein Bild reinspringen habe ich so das Gefühl, weil der kletterte nämlich gerade hier oben am an der Decke rum Äh, nein, äh, ich wollte drehen Mach doch mal hier Strom drauf So, die Frage ist jetzt ein Zahnschlüssel Ach so! Okay Nee Wie kann ich das drehen? Okay, du müsstest so Dominosteine haben Mit drei Plättchen Sechs Stück So ein Schieberegler übereinander? Ja, habe ich Sechs übereinander Ja Ähm, ich nehme mal an, das sind die Aktivierten ganz rechts Der oberste Der oberste Ja Dann links Ja Dann zweimal in der Mitte Ja Einmal links und einmal rechts Ja, jetzt ist der Zahnschrank aufgegangen mit dem Zahn Ach, das übermittel ich dir! Ach, und die Kreide, ich habe Kreide bekommen, habe ich Das ist schön, vielleicht können wir den Würfel anmalen Und ich habe einen Staubsauger, da kann ich irgendwas mit saugen hier Einen Staubsauger, da kann ich nichts mit anfangen Aber was soll ich mit der Kreide machen? Ah, da war eine Tafel, oder? Ja, ich habe eine Tafel gefunden Aber was soll ich da draufmalen? Ah, ich brauche zu... Also, ich habe das Ding an die Tafel gehalten, die Kreide Und schon, wie von Geister an, habe ich jetzt ganz viele Symbole hier Soll ich dir die mal sagen, alle? Ich habe eigentlich nur drei Symbole auf dem Ganzen Also erstmal hätte ich noch einen Code Für dieses XY-Ding da, Gerät Wenn du den noch eingeben willst Das kann ich gar nicht mehr Also der ist unten runter, zumindest Dann habe ich... Ach doch, warte mal, doch, 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 hier war das Ja Also, X3 X3 Z1 Z1 Y2 Y2 Das hört sich irgendwie so eine Schreibmaschine von früher Wenn ich in meinem Sarg unterstrichen liege Und meine Augen weiß werden, wird meine Seele schwarz Verwende den Würfel, um dich mit der Zukunft zu verbinden Bring mir Knochen, Fleisch und Blut Also unterstrichen sind Sarg, Augen, Seele, Würfel und Zukunft Also, und wieder Knochen, Fleisch und Blut Aber kann ich da was mitmachen? Kann ich die auch nochmal beschreiben? Ah! Sarg, Augen Augen, Seele Seele Und Würfel Und Zukunft Ich weiß jetzt aber nicht, ob du damit gemeint bist oder Also ich sind hier noch ganz viele Symbole Eine alte Frau vielleicht Eine alte Frau, du bist ja die alte Frau Nee, also ich hab, pass auf, ich hab noch Symbole Drei so Rauten habe ich noch Ein Messer, ein Schlüssel, Sonne, Kerze, Mond, ein Fleisch, ein Buch, noch ein Knochen, noch so ein Gesicht Ein Geschenkpaket, so ein Tropfen, das könnte Blut sein, eine Zeituhr, also eine Uhr und ein Hammer Plus die anderen Sachen, die Meinst du, die Uhr könnte die Zukunft vielleicht sein? Nö, passiert aber nichts Und danach noch Knochen, Fleisch, Blut Jetzt wackelt der Hammer, der Hammer wackelt bei mir Was heißt das? Der Hammer wackelt Also entweder ist es falsch Geh mal raus Äh, hier draußen passiert nichts Passiert bei dir irgendwas? Nö Doch, hier ist eine Motte oder sowas am Fliegen, aber Ach, ich sehe gerade, wir sind in einem, ach wir sind im gleichen Raum drin immer noch Ach so, ich konnte den Hammer machen Moment, ich hab den Hammer genommen Ich hab den Hammer genommen Ich hab jetzt einen Hammer Was soll ich mit dem Hammer machen? Kitze fehlt Ich kann mit dem Schmetterling hier spielen, ich glaub den muss ich da in die Seite bringen Wo der Schmetterling ist, aber der fliegt nicht dahin Kaffee fehlt, wieso Kaffee? Äh Jetzt fliegt der wieder weg Ist das jetzt so eine Aufgabe für zwischendurch, damit ich mich beschäftigt fühle, während du hier was machst oder was? Ja, aber ich weiß nicht, was ich mit dem Hammer machen soll Was kaputt hauen oder was? Vielleicht den, den, den Oh, ich hab den Zahn kaputt gehauen Er ist jetzt in tausend Teile Ach, den muss ich jetzt wegsaugen Okay, ich sag alles, ich räume auf Okay, die Klappe ist wieder zu Ich hab mal wieder Ah, warte mal Also den Zahn, die Zahngeschichte hab ich schon mal bei dem Typ reingemacht Zahn ist drin Das ist toll Aber wie kriegen wir das Fleisch da rein? Das Blut Also das Schmetterling ist auf jeden Fall weg Beschreib doch mal ein bisschen, was du da machst und siehst Naja, also wie gesagt, es steht nach wie vor auf dieser Anleitung steht drauf, dass ich den Wiederbelebungstank mit Strom versorgen soll Das habe ich bisher so nicht geschafft Blut, Fleisch und Knochen in den Wiederbelebungstank einbringen Da haben wir jetzt im Moment die Knochen wohl drin In Form von zerbröseltem Zahn Ähm, Fleisch und Blut fehlen noch Den Code habe ich dir schon übermittelt Ähm, ich kann noch so einen Bunsenbrenner anzünden Da sagt er mir aber, mir fehlt Kaffee Achso, warte mal Aber aus dem Ding kam doch kein Kaffee raus Ne, hier ist kein Kaffee Oh Was haben wir denn hier drin im Schrank? Kann man da irgendwo rein? Also ich kann hier definitiv sonst nichts mehr machen Zwei Stunden später Das kann natürlich auch sein Ach, warte mal Ich habe jetzt in meinem Spiegel ein anderes Foto noch mit mir Also da bin ich drin Aber auch ein Papagei mit einem Anzug an Der Papagei hat einen Anzug an? Ja, der hat so einen Frack an Okay Sagt der da was, der Papagei? Bei dir? Kann ich gar nichts machen Wie gesagt, ich habe null Möglichkeit aktuell Ich brauche irgendwas, was was in Gang setzt Ich bin alt gemacht Man kann da draufklicken Verändert sich das Ding? Hä, wieso verändert sich das Bild? Weil das das ganze Spiel über schon so ist Ja, aber auf dem, wenn Ja, egal Keine Ahnung, also Also der Typ hat jetzt schon mal Knochen Also hast du eine Leiche von dir Warte mal, ich kann doch eine Uhrzeit Ich konnte eine andere Uhrzeit einbringen Nein, doch Dein Ernst? Ja toll Weiße Zeiger ist auf 1 Warte, ich frage was dran noch Grau ist auf 4 Moment, ich muss das hier alles rüberschieben Weiß ist auf 1 Schwarz ist auf 4 Oh, der andere war anscheinend schon richtig Rot ist auf 6 Sehe ich den Tür Oh, Moment, hier kommt gerade ein Skelett Ach, der Typ hat gerade ein Skelett bekommen Ja, und hier ist eine schwarze Ratte durchgerannt Ja Und weiter Was hier jetzt noch? Und ich habe endlich mal so eine Art Schraubendreher bekommen Das ist ja wahrscheinlich ein Schlitzschraubendreher Achso, ja, stand doch auf 6 Aber das war zufällig Weil es sind 3 auf dem Gerät bei mir, auf dem Display Es sind 3 Kann ich das da mitmachen? Ich bin... Achso, ich muss erstmal da rein Weil das ist rund Moment Ach, das sieht so komisch aus Ja, so raus machen, okay Ich kann jetzt endlich hier diese Verkleidung hier abschrauben Moment, das ist ein bisschen Handarbeit F, mein Leben Ähm, ich habe hier Zahnräder Ja, da könnte eine Klappe aufgehen, die ich brauche, aber... Hier, ich kann hier nichts machen Ich habe nur ein Zahnrad, was ich bewegen kann Ja, ich habe hier sowas, das sieht aus wie Zahnrad, aber... Ich kann leider nichts machen Hm Warte mal Ist das ein Telefon? Kennst du noch diese alten Wählscheiben von den Telefonen? Diese runden? Die klappen doch immer wieder so zurück Also, du ziehst die auf und dann gehen die wieder zurück Ja Hast du sowas? Dass du da irgendwie eine Zahl oder irgendwas hast, womit ich wählen kann? Ne, ich habe hier nur die Uhr, die ich verstellen kann, aber die kann ich jetzt nicht mehr verstellen, weil ich jetzt brauche ich erst das Fleisch Ich habe nur, was ich habe ist... Ja doch, ich habe... Es rastet auch immer an der gleichen Stelle an Ich habe so einen weißen Kreischen mit in der Mitte einen schwarzen Punkt und da ist nochmal ein kleinerer Kreis drum Und dann habe ich da drüber so eine Art, sieht schon aus wie ein Zahnrad oder wo man was reinstecken könnte Das scheint die Verriegelung zu sein für den Bereich, den ich da öffnen müsste Weil sonst könnte ich die nicht ans... Aber ich habe kein Werkzeug dafür oder irgendwas, das... Ich jetzt auch nicht mehr, das ist jetzt weg Weil das Problem ist, ich habe drei gelbe Dinger, wo eventuell Zahnräder drauf müssen Aber was ist mit der drei? Wenn die sich verbinden würden, dann würde das Ganze laufen Achso, warte mal... Oh... Irgendwas ist explodiert jetzt Ja super, jetzt hat er es kaputt gemacht, jetzt können wir nochmal von vorne anfangen Dunkles Pulver habe ich jetzt Ja, das ist vielleicht dein Kaffee Stimmt! Hä? Aber wieso? Warte mal... Du hast gesagt, du hast Wasser und noch irgendwas? Ja... Wunsenbrenner? Also du könntest theoretisch Wasser und Kaffee erhitzen damit, oder nicht? Ja, aber kann ich nicht... Kann ich nicht reintun? Den hattest du doch hier, oder? Nicht, dass das jetzt davor gewesen ist Ähm... Oder musst du das... Ja, aber glaube ich nicht, dass das woanders reinschütten muss Es steht nur dunkles Pulver, das ist auch doof, ey Ja, damit man nicht direkt weiß... Ah, das ist mein Kaffee Ich habe Reagenzglas mit grüner Flüssigkeit Ich kann hier etwas auf so eine Schale kippen Oben steht ein Display, das Kaffee fehlt Das Wasserglas kann ich auch da draus kippen, aber da passiert nichts Aber ich kann das Kaffeepulver nicht benutzen Kannst du das Wasser vorher heiß machen? Ja... Mach das mal heiß und das Pulver da rein und dann das Wasser da drauf Ja, das geht aber auch nicht Habe ich schon probiert Und du kannst das Kaffeepulver nicht da ins heiße Wasser rein machen? Nein Das Problem ist halt dir zu helfen, wenn ich nichts sehe, ne? Also ich habe, wie gesagt, beide Flaschen sind am Brodeln gerade Ich kann sie hier abstellen Aber das Kaffeepulver, da kann ich nichts machen Auf dem Boden sieht es aus, als wenn du noch was hinlegen kannst Kannst du denn da was hinlegen oder sieht das nur so aus? Ja, das sieht anscheinend nur so aus Verstehe das nicht Vielleicht muss man das... Aber das könnte wirklich Kaffee sein Wie gesagt, da auf dem Schild, wo das mit dem Kaffee steht, Kaffee fehlt Das ist ja so ein Display, ne? Und da ist oben nochmal ein Schachter und ein Kreis, wo man normal drücken kann, aber... Aber du kannst es nicht da irgendwo einführen oder so, dass du es oben reinkippen kannst Nein! Habe ich ja alles probiert schon, hier ist nirgendwo was, wo du was reinkippen kannst Unten kannst du das Wasser auskippen, wenn du es heiß gemacht hast und auch diese andere Flüssigkeit Zwei Stunden später Kannst du sonst nix machen, ich kann halt auch nur... Nein! Ich habe einen Schlüssel gekriegt Und zwar hat die Ratte, die da unten rumgelaufen ist Ist immerhin so eine einzelne Nische gegangen Und da konnte man drauf zoomen und das aufklappen und da kam ein Schlüssel raus Warte mal eben Weil ich glaube, jetzt kann ich nämlich an diese Maschine und das öffnen Oder den Spind kann ich öffnen, warte mal Okay, hier ist er nicht für, dann ist er für... Ne, ich weiß, was ich öffnen kann Ah, jetzt habe ich den Schrank auf In dem Schrank Ist ein Aktenordner Da ist ein Plan drin Geheimfach Würfelgerät Da steht drin, wie die Zahnräder platziert werden müssen und so Seite A Ja, aber ich kann die doch nicht abmachen Wie sieht denn das Würfelgerät aus? Hast du drei Zahnräder unten in dem Würfelgerät? Ja, aber ich kann nur eins davon drehen Ne, entscheidend musst du die rausnehmen und musst die woanders hin platzieren In die Geheimfächer Oder hast du die aus den Geheimfächern geholt? Ich kann sie ja nicht bewegen, wie gesagt Ich kann nur das eine drehen Und ansonsten kann ich nichts machen hier Ich habe auch schon versucht, da dran zu ziehen Ich habe versucht, das rauszuschrauben oder ähnliches Also Seite A, wie gesagt, hat eine Flasche abgebildet in diesem Kasten da drin Und ich glaube, da ist das O in dem anderen Ding drin Und das ist die andere Seite, da sieht man Bei Seite B siehst du halt die drei Zahnräder von vorne so, unten halt Und da steht Geheimfach ist an der Seite oberhalb Ein Zahnrad Nummer 3 ist ein Geheimfach Also steht Zahnrad 3 bei Ja, aber ich kann es ja nicht bewegen Ich habe noch einen Bildschirm hier unten Mit drei Pfeiltasten Äh, vier Pfeiltasten Ähm, da kann ich irgendwas machen In dem Schrank Dann habe ich unten noch eine Kaffeemaschine Ach, du brauchst die Kaffeemaschine, ne? Wahrscheinlich, oder? Aber wofür brauche ich eine Kaffeemaschine? Für den Kaffee Und jetzt habe ich das Wasser Ich habe ja keinen Kaffee Ich kriege das Wasser nicht mehr Ach, nee Kann ich das Wasser nicht mehr mitnehmen? Oder? Sie sagt, ich kann hier nichts Nichts machen, außer das eine hier Ich habe den Kaffee gemacht In der Kaffeemaschine, in dem Schrank Und jetzt kann ich wahrscheinlich Den Kaffee auch noch Ach, den musst du auch noch dahin stellen Jetzt fehlt Fleisch Ich kriege ihn jetzt Fleisch her Mich jetzt verarschen Das ist ein Fleisch Das ist ein Fleisch Also, mit dem Bildschirm und diesen vier Tasten kannst du auch nichts anfangen, ne? Was meinen sie jetzt mit Bildschirm und vier Tasten? Das ist ein Bildschirm noch in der mittleren, ähm, im mittleren Fach von dem Spend, von diesem Stahlschrank Da ist ein Monitor drin, daneben ist ein Eingabegerät mit drei, mit vier Pfeiltasten Pfeiltasten? Achso, Knopf nach unten drücken, wenn die Person in der Vergangenheit die Zahnräder in den Geheimfächern gefunden Ja, gefunden habe ich Hast du? Also, ich habe das geöffnet, habe die Zahnräder gefunden So, warte mal Hä? Jetzt hat er was auf dem Kopf bei mir irgendwie Keine Ahnung Hast du da noch irgendwie eine Möglichkeit, irgendwas einzugeben irgendwo? Ach ne, Schieberegler, hast du Schieberegler 3? Ähm Und zwar geh mal hinten an das Gerät An das Gerät auf der Rückseite Also, ich habe nur halt immer noch diese Auf der Rückseite Ich weiß nicht, ob man das drehen kann Mit einem Zahnblut und Ohr Aber, das sieht mal aus wie so Röhrchen Ne, ich hätte, wenn du bei mir bist Von vorhin, dann hast du doch dieses Gerät mit dem Bildschirm Wo du die Disketten und sowas reinmachst und alles, oder? Ich sehe doch deine Sachen nicht Oder hast du noch was Neues mit der Uhrzeit hier? Ja, aber du bist doch jetzt ich von vorhin, oder nicht? Woher soll ich das wissen? Ja, beschreib doch mal, was du da hast Weil ich habe hier Ich habe immer noch diesen Würfel Kriege ich nur einen Würfel? Da ist sonst nichts Das ist das gleiche wie eben auch Der Würfel mit dem Text Mit diesen 1, 2, 3, X, Y, Z Dann da unten das mit Geh doch mal da raus! Mit dieser Uhrzeit Nein, geh mal da raus! Mit diesen Weiß, Schwarz und Roten Geh mal da raus! Dann wie... Wie soll ich denn da rausgehen? Soll ich sagen, tschüss, ich bin draußen? Nein, aber du kannst doch aufsuchen! Dann wie gesagt Gibt es... Das sieht aus, ob du es drehen kannst Oder was weiß ich was Aber ich kann damit nichts machen Oben ist ein Schmetterling rund Und unten wie so Dosen, sage ich jetzt mal Mit dem Zahn, dem Blut und dem Ohr Da drunter immer noch das mit dem... Mit der Tonleiter hier Tonleiter? Was hast du damit? Ja, also hier mit den Klaviertasten Die schwarzen kann man auch drücken Wie viele? Wie viele? Wie viele? Ja, wie viele Tasten? Wie ich gesagt habe Zwei, vier, sechs, sieben weiße und fünf schwarze Ja... Keine Ahnung Also, wie gesagt, ich habe hier Symbole Ein ungekehrtes Fragezeichen ist das erste Dann nochmal sieht es aus wie das Ohr als nächstes Und danach kommen so drei... Sieht aus wie die Schieberegler von vorhin Wo man die verschiedenen Positionen da einstellen konnte Aber wenn du das nicht hast, dann weiß ich es nicht Achso! Ich kann hier in Kombination mit Pfeiltasten eingehen Mit den Pfeiltasten Da hast du aber auch nichts irgendwie, ne? Nö, ich habe hier... Wie gesagt, ich habe gar nichts, was ich in irgendeiner Weise benutzen kann Ich habe hier halt so einen kleinen Hebel, damit kann ich ein Seil hoch und runter machen Keine Ahnung, was das soll, weil das Ohr kann ich nicht dranhängen Ich kann da gar nichts mit machen Dann unten, das ist zu Das haben wir ja schon gelöst Wo ist das Ohr bei dir? Ja, auf der rechten Seite, ganz normal Weil ich habe hier irgendwie sechsmal müsste ich die Pfeiltasten irgendwie in einer Kombination angeben Keine Ahnung Aber wenn du was sagst mit Geheimfach bei dem... Ja, aber du hast doch die Zahnräder gefunden Es sind drei Zahnräder, die du finden hast Ja, und du hast gesagt, unten rechts von diesen Zahnrädern sollen Geheimfach sein Nein, die waren in Geheimfächern, die Zahnräder Ja, aber das ist aber mittig In diesem Würfel waren die doch seitlich irgendwo da, weiß ich nicht Sieht zumindest einmal in der Mitte aus, einmal so ein bisschen am Rand Zwei Stunden später Ach so, okay Also ich habe deine Auswirkungen quasi gesehen Ja Also entweder fehlt mir noch ein weiterer Schlüssel Weil auf der anderen Seite ist auch noch ein abgeschlossener Bereich Mhm Und wie hast du das mit der Uhrzeit? Ich habe ein Messer gefunden noch Warte mal, ein Messer Kann ich mit dem Messer irgendwo Fleisch irgendwo oder irgendwas Bei dir nichts eingeben kannst sonst Wenn du da keine Regler mehr hast oder irgendwas, wo du was verändern kannst Ja, ich nehme mal an, dass wenn ich irgendwas an Input bekomme Ich, also hier das mit dem Blut sind wir ja, wenn ich das richtig verstehe, als nächstes dran Oder aktuell dran Nee, Fleisch Immer noch Wir sind ein Fleisch Ja, ich kann hier auch nichts machen Es geht nur hoch und runter mit den Dingen Aber da tut sich halt nichts Nein Würdest du mich jetzt verarschen Ich habe da vorhin mehrfach draufgeklickt Wieso funktioniert das jetzt? Dann hast du also doch recht, dass es Geheimkammern gibt Nein Alter Du hast mir doch irgendwo was im Text vorgelesen oder sowas von wegen Ähm Also mit dieser Bestätigung, was ich Was du bestätigen musst, was ich gemacht habe, dass ich die gefunden habe und so Mhm Da hast du mir irgendwas von unten rechts Geheimkammer gesagt Unten rechts ist aber nichts Da, wo ich schon mehrfach drauf gedrückt hatte vorher Konnte ich jetzt auf einmal drauf drücken und das Ding ging auf Wollen die mich verarschen? Mhm Aber die Frage ist jetzt, ich warte mal, ich habe zwei Gibt es da noch ein drittes? Also es gibt eins, zwei und drei als geheimen Fach Ah, warte mal, hier ist noch was Nein, ist nicht dein Ernst Ich schmeiße das Ding aus dem Fenster hier Ich denke mal, die sind alle gleich groß, nehme ich mal stark an Hat sich da jetzt irgendwas getan? Äh Nicht wirklich Musst du mir irgendwas sagen zu der Position von den Rädern? Nee Warte mal hier Eine Teddybärgeisel kommt Mh Alter Wie kann ich diesmal Kann ich einen Haken nehmen? Was mache ich mit dem Haken? Kann ich ihn aufschlitzen oder was? Achtung Ein Haken? Ja Das ist das erste Symbol auf dem Bildschirm Was soll ich mit dem Haken machen? Ach, warte mal Ich glaube Ja Ja Ich glaube ich schicke dir gerade ein Ohr oder sowas Wie ein Ohr Ah Ihr on the inside Ich habe einen Schieberegler mit drei Dingern Ja Und fünf waagerechten Gehen die nach oben oder ist dein Schieberegler nach rechts und links? Ja, ich muss die runter machen Pass auf, der erste ist ganz unten Ja Der zweite ist auf der obersten zweiten Position Ja Was denn jetzt? Ganz oben oder auf der zweiten? Nein, nicht ganz oben, einen runter davon Also auf der zweiten Ja, und der dritte auch Auf der zweiten Ja Dann kann ich dir Pfeile geben Ja Rechts, also nach rechts zeigend Ja Nach links Ja Nach links Ja Nach oben Mhm Nach rechts Ja Nach unten Herzlichen Glückwunsch, die haben das Ende herbeigecheatet Nein Boah ey Jetzt habe ich einen neuen Code und einen Raster auf dem Bildschirm Wo oben der Haken ist Äh Das sieht jetzt aus, als wenn ich jetzt Kriegler Sterne spielen muss oder so Weiß ich nicht, irgendwie Warte mal, ich hab den Schmetterling schon wieder Ich geb dir mal den neuen Code Warte mal, der Schmetterling, der irritiert mich immer Der Code kommt mir aber so komisch vor, irgendwie zu nicht kennen Also ich sag dir mal Y3X Ach so, der Schmetterling soll mir zeigen, dass ich wieder den Code eingeben soll, glaube ich Y3X 1 Z2 1, Z2 Ja, ich habe immer gedacht, ich muss den Schmetterling auf dieses Schmetterlingssymbol hinkriegen Passiert da was? Ja, ich kann dir sagen, wie du aus dem Labyrinth raus kommst Ich hab keine Ahnung Also ich hab eine 1, eine 3 und eine 2 in so einem komischen Labyrinth drin Mhm Äh, wir haben aber keinen Ausgang, ich weiß nicht genau, was ich damit machen soll Und die rechte Seite sieht leicht pervers aus, könnt auch in Ahnung Also ich kann nur Pfeile benutzen, Pfeiltasten Ach warte, Pfeiltasten? Ähm, du Ja, muss ich dich von 1 Ich bin oben links in der Ecke Oben links, das heißt ich muss dich wahrscheinlich erst zur ersten, dann zur zweiten und zur dritten Position leiten, oder? Ja, wenn du, ja, mach mal Also du bist ganz oben links Mhm Und du könntest theoretisch nach unten und wärst in der Sackgasse Das seh ich nicht, ich hab nur ein Raster mit 4 Ecken Achso, ähm, dann drück mal nach rechts Ja, das ging Ja, ging auch Bist du 1 weiter gegangen dann? Jeweils 1, ja Okay, dann drück 3 mal nach rechts Die Frage ist, muss ich jetzt 1, 2, 3 machen, ne? Das ist jetzt die Frage 1, 2, 3, 4 mal nach unten Ja Ja Einmal nach links Ja Zweimal nach oben Ja Zweimal nach links Zweimal nach unten Ja Einmal links Mhm Zweimal nach oben Ja Das war der erste, der ist jetzt bei mir aktiviert worden Okay, dann ist gut, dann zweimal runter Mhm Eins rechts Ja Zweimal hoch Ja Zweimal rechts Mhm Dreimal nach unten Ja Ja Und dann dreimal nach rechts Ja, jetzt ist der zweite aktiviert worden Dann gehst du dreimal nach links Mhm Einmal nach oben Ja Einmal nach rechts Ja Eins, zwei, drei, vier, fünf mal nach oben Ja Zweimal nach rechts Ja Viermal nach unten Ja Einmal nach links Ja Und dann dreimal nach oben Ja, ist fertig Jetzt habe ich einen Grundriss Da ist jetzt ein Ohr an einem Seil runtergekommen Und da ist irgendwie Ja, das habe ich dir rüber geschickt, denke ich mal Da ist ein, ja, ein Bildschirm Äh, ein Tisch und ein Stuhl und Ach so Das ist hinten Ah, das ist bei mir hinten wahrscheinlich, ne? Warte mal, ich geh mal raus Bei mir sollte Wohl bald eine Klappe Ah, ja, kipps doch Ah, breaking in Ach, und dafür brauche ich das Ich habe den Schmetterling gefangen Ne, brauche ich nicht Ob das gut war, weiß ich nicht, aber Ich habe so ein Stück Popel vor dem Ohr abgeschnitten Okay Das wird jetzt keiner wissen, glaube ich Stop, eins zu weit Und jetzt Also der Schmetterling hat mir gesagt, dass ich hier unten quasi was holen soll, nehme ich an Ah, ich habe einen Code Schritt 1 Code Gib den Code ein Ja, was, äh, hier so 1, 2, 3 Code oder was? 3x Ja Also ja, äh, 3x 2z 2z 1y 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 Oh mein Gott, ich glaube, wir müssen Chemie herstellen Schritt 1, Flüssigkeiten Todeskopf, weiße Flüssigkeit, rote, äh, schwarze Flüssigkeit Hä, was ist Todeskopf? Ja, Moment Der Todeskopf ist Säure Das weiße ist Wasser Das schwarze Ja, ist Kaffee Aber ein bisschen anders ist Kaffee Ach so Also wie soll ich das mixen? Okay, pass auf Du sollst normale Säure nehmen, nicht heiß machen Ja Dann normales Wasser, kalt Ja Und heißen Kaffee Hat so ein bisschen was vom Chemieunterricht von damals So, Schritt 2 Ein neuer Code 1y 1y 3x 3x 2z 2z Oh mein Gott Wenn Fleisch dreieckig, rechteckig und oval wird Okay, ähm Müssen wir die Schritte jetzt hintereinander machen? Ja Oder hast du da irgendeinen Hinweis? Nee Also müssen wir dreieckig, rechteckig und oval Hä? Das sagt mir aber nichts Das wäre dann Oder ist es die Flasche damit gemeint? Die eine ist ein bisschen dreieckig Die andere Das Glas ist sehr rechteckig Und die Kaffeekanne ist ein bisschen oval Oder was soll das jetzt? Oh Gott Also bei dem Ding mit dem dreieckigen Mhm Kaltes Wasser, kalter Kaffee und heißer Kaffee Also nochmal Kaltes Wasser Mhm Kalter Kaffee Kann jetzt nicht damit anfangen Wahrscheinlich zusammen mischen oder so Ja Und heißer Kaffee Okay, ist kaputt gegangen, war falsch Ja Du hast das aber mit dem dreieckig gemacht Nee Warte mal, wenn Fleisch dreieckig Wie sieht denn das Ohr aus? Das ist doch so mehr oval Oder hast du da was rausgeschnitten? Ich habe keine Ohren Du hast ja eben noch vom Ohr gesprungen Das Ohr habe ich abgeschnitten Das ist so ein Stück, ja Das, was du rausgeschnitten hast Ist das dreieckig, rechteckig oder oval? Ja, so oval Probieren wir das mal Äh, dann kaltes Wasser Und dann? Kalter Kaffee Mhm Und diese Säure Jetzt kommen schon drei Das sieht jetzt aus, das Ding hat jetzt Pocken Also das Stück, was wir da gerade verändern Was machen wir denn hier gerade? Sind wir das Ding irgendwie am verätzen? Am mutieren Also, ich habe einen neuen Code 2Z 2Z 1Y 1Y Und 3Y Äh, nee 3X war das höchstens 1X, nein, war 1X und 3Y Mach nochmal von vorne 2Z 2Z 1X 1X 3Y 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 Guten Hunger Schritt 3 Haare, Pickel oder glatt? Es sind Pickel drauf Ähm, dann ist das glaube ich heiße Säure Mhm Kaltes Wasser Und heiße Säure wieder Oha Schritt 4 Ähm Neuer Code 1Y 1Y 2X 2X Und 3Z 3Z Das Ding ist Das Ding ist ein halber Kopf mit dem Ohr, was man richtig sieht schon Also Also keine Augen, kein Mund, sondern Ohr Ein Ohr, ja genau Ach, du bist das ein Herstellen oder was? Hm, anschein Ähm, kalte Säure Ja Ja Kaltes Wasser Ja Und heiße Säure Bin ich froh, dass er nicht mehr Jetzt ist er fertig Sieht aus wie ein Glibberkuchen Äh, wie Wackelpudding Sieht aus wie ein Wackelpudding Sieht aus wie ein Wackelpudding Kann ich das aufsaugen? Nee Das liegt auf dem Boden Anklicken Jaja, ich bin schon dabei Ja, die Frage ist, funktioniert das? Nimm mal da Ah Ich muss jetzt den Sauger anmachen Vielleicht geht das dann Nee Da Hm Kann hier nirgendswo draufdrücken Kannst du das irgendwo reinziehen oder so? Ja Ich Ich Ah Das geht da selber dann rein Hm Hä? Das heißt was? Ja, es geht gerade in den In den Tank Kann ich mir das hier angucken Ich kann jetzt was drücken Er kriegt jetzt gerade ne Haut Und ich mach jetzt nochmal ne neue Uhrzeit mit den drei Zeigern Äh Weiß ist auf 12 12 Also 12 Uhr Ja Rot ist auf 10 Uhr Ja Und Grau ist auf 7 Uhr Die ist schon wieder ne Maus Ja, er zieht sich an Er zieht sich an Ja Oh, bei mir geht was auf oben Äh Ich hab ein Ventil bekommen Äh Ich hab ein riesen Schmetterling Ah, warte mal Ach, dann hast du den jetzt bekommen Ist das Ventil hiervon Ventile kenne ich ja noch aus Resident Evil Das scheint aber nicht zu passen Jam Hätte ich jetzt auch nicht gedacht von der Optik her, aber Ich hab ein totes Einen zweiten Schlüssel Ach, der hatte die Maus Ah Ich pumpe gerade Blut ab Kann man es öffnen Also ich hab den Schrank Oh mein Gott Ich hab ganz viele Symbole Herzchen, Auge, Krähe, Schmetterling Schwarzen Mann Haus Also Ich hab jetzt eine Kiste mit einem Vorhängeschloss Von dem Wanderbom Unten Ähm So ein Drehrad Das kann ich mir vorstellen Ich hab ein S S und ein Viereck mit einem Strich hoch Ich hab jetzt was aufgemacht Ja, das ist gut Also Ich hab hier Die Symbole hab ich alle hier Auf so einem Schalltafel Ähm Du musst mir die richtige Reihenfolge anscheinend sagen Hast du acht Knöpfe? Ja Also oben links fang ich an Rabe Hä? Was ist ein Rabe bei dir? Ja, ein Vogel Ja, aber ich hab nur S Und so ein T Und solche Sachen Hä? Ja dann Wie gesagt Ich hab links jetzt nur S Und ein Viereck mit einem senkrechten Strich Durch gehabt Ich kann das nochmal anmachen Oh Moment Jetzt hab ich einen Kreis mit einem Kreuz drin Hä? Ich lass das jetzt mal laufen Nicht dass die Birne kaputt geht Ja, dann ist es ausgegangen Dann ist es ausgegangen Hä? Hast du das jetzt angemacht oder nicht? Ich hab das so angemacht Also ich kann das nur anklicken Wenn ich sie einschalte Mach mal schnell das S Ja Achso Und danach Ja, jetzt hab ich danach den Kreis mit dem Kreuz Ach Ja, dann sag's mir doch bitte schneller an Also pass auf Also S fängt an, oder? Ja, bei mir ist jetzt die Birne gleich wieder kaputt Du brauchst so lange Weiter Was jetzt? Was nächstes? Ja, bei mir ist es immer wieder durcheinander Jetzt sag ich mir das nächste Hallo? Hallo? Jetzt hab ich einen Kreis mit Kreuz wieder Nee, Birne kaputt Keine Ahnung Können wir jetzt endlich mal zusammen starten? Ja, dann gib doch mal an Also S Ja Kreis mit Kreuz Was? Bei mir kaputt Dann kam wieder das S Bei mir kaputt Wo siehst du? Viereck mit so einem Strich durch Bei mir ist jetzt ein Schmetterling, wenn ich es mache Ach, was? Ach, dann musst du mir die Sachen angeben Ja, du musst mir ein Schmetterling jetzt sagen Es geht runter Nee, es ist vorbei Ja, mach mal ganz aus Du musst mir sofort sagen Was bei dir an ist, wenn ich dir sage, was das ist Ja Ja? Können wir? Also Es ist ein Schmetterling jetzt Im Moment gar nicht Können wir jetzt anmachen? Es ist ein Schmetterling Ja, ich hab doch schon angemacht Ach man Also, Kreis mit Kreuz Es ist ein Männchen Nimmt der nicht an Äh, doch Umgedrehtes Kreuz Ist so eine Art Schaf Oder was das sein soll Keine Ahnung Oder ein Gebäude Keine Ahnung, was das ist Ein S? Na, wie? Beim S nicht? Beim Kreuz, da war das Das S hab ich jetzt Ja, ist zu spät Du musst was schneller machen Ja, jetzt ist ausgelaufen Du musst das schneller mir sagen Können wir nochmal? Ja Ich hab's an Mach Du musst mir das sagen Geht der jetzt nicht an Äh, Kreis mit Kreuz Kreis mit Kreuz? Hab ich nicht Ach, naja Das Männchen Äh, umgedrehtes Satanszeichen Umgedrehtes Kreuz Nein Äh, diese Kirche oder was das ist Dieses Gebäude da Keine Ahnung, was das heißt Äh, Viereck mit T drin Ja, der Schmetterling Ein senkrechter Strich Unten links ein Kreis Äh, das Geweih Also dieses Hirschding In der Kopf Ein T Äh, ein Vogel Also Rabe Ein waagerechter Strich Oben rechts ein Kreis Ein Auge Kreis mit Kreuz Äh, ein Baum Ein S Herz Äh, es läuft gerade Blut aus Den Würfel Den Würfel Ja, das steht in den Behälter drin Ähm Ja, was soll man jetzt mit dem Blut machen? Kann er es an 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 saugen lassen Uff Nochmal eine neue, äh, Uhrzeit gebe ich dir jetzt Uhrzeit, warte Ne, es sieht doch nicht anders aus Rot ist auf 3 Äh, da muss alles erstmal rüber, ja Weiß auf, äh, 5 Äh, da, ja Ein Grau auf, äh, 9 Schwarz auf 9 Ich habe oben den Würfel Ich habe oben den Würfel Der Würfel glüht bei mir oben, der leuchtet Ja, ne Jetzt habe ich ein Brecheisen bekommen Ne, äh, Imbusschlüssel Entschuldige, guck mal, das sah jetzt grad wie ein Brecheisen aus Imbusschlüssel Das dürfte dann wahrscheinlich für hier oben sein So, da habe ich jetzt So eine Art Teleskop bekommen Ah, warte mal Hast du nochmal diese 3x3 Äh, Quadrate? Ja Ähm, da habe ich Schwarz markiert In der mittleren Zeile Ja? Das erste Und in der unteren Zeile das zweite und das dritte Ja Das ist alles? Ja, das sind die schwarz markierten Ah ja, dann geht eine Kerze an und dann so ein Gesicht, so ein schwarzes, geht da durch den Würfel Ah, warte mal, ich habe noch andere, wenn ich das drehe Alter, was ist jetzt los? Da hinten ist er Ähm Oh Gott Ähm, hast du irgendwo ein Schachbrett? Ein Schach? Ne, nur diesen Würfel da mit diesen Dingern Kannst du nichts irgendwie verstellen oder so Warte mal, ich guck mal eben, weil das so ein komischer Ton grade war, aber da war glaube ich nix Ja, nur die Dinger an und ausschalten Warte mal, oder ist hinter mir was passiert? Ist denn gerade was passiert, als du das gemacht hast? Ne Ähm, dann nehme ich das ne... Ah, warte mal Wenn ich das ne... Warte mal, wenn ich das mache Warte, was siehst du? Eine Kerze Eine Kerze, so ein Kronleuchter Äh, nicht Kronleuchter Ne, eine, einzelne, ja Einzelne Kerze Ähm, pass auf, dann mach in der ersten Zeile das mittlere Mhm In der zweiten das dritte Ja Und in der vierten wieder das zweite, das mittlere Ja, jetzt kommt, äh, Schacht, so Schachfiguren Und da ist ne schwarze Figur Äh, und ein Arm mit einer Figur dran Da machst du in der zweiten Zeile das erste Ja Und in der dritten Zeile das zweite und dritte Jetzt kommt ne Uhrzeit Eine Uhr Warte mal, die dreht sich noch Also die dreht sich die ganze Zeit rum Und das hält nicht anders Ach da, ja Ähm, ach, jetzt läuft der hier wieder rum Ähm, da machst du in der ersten Zeile das erste und zweite Mhm Und in der dritten Zeile das zweite Oh, stopp Ja, in der dritten Ja Ähm, da kommt ne Rose, ne rote Das war, glaub ich, das hier Ja, da machst du in der ersten Zeile das erste und zweite Mhm Und in der letzten, also der dritten, das erste und dritte In der letzte In der letzten? Ja Das erste und dritte Oh, jetzt kriegt der Strom anscheinend Äh, schockt Der, der, keine Ahnung was da passiert Also der Typ wieder, oder was? Jaja, der, der krümpft sich gerade vor Oh Keine Ahnung Eieiei Aber mir lief er jetzt auch gerade hier vorbei Hast du nochmal ne neue Uhrzeit? Obwohl, was soll ich da noch machen? Die Rose ist das letzte gewesen, oder gibt's da noch was Neues? Ja, ich denke, du bist durch Warte mal, ich guck mal Ja, aber der Typ ist irgendwie Achso, ich muss den anklicken Äh, ich hab den Tank zerstört und der Typ liegt jetzt hier nackt Ja, das war das letzte Ähm Und die Lampe ist rot Also keine Uhrzeit, die ich hier eingeben kann, oder so Er krabbelt jetzt weg Wo krabbelt der hin? Wahrscheinlich zu mir Äh, der geht in den Schrank Ah, der hat seinen Anzug angezogen Das ist der Professor Das ist der Boogie Man wahrscheinlich Der sieht irgendwie komisch aus Ja, und nur? Du bürstest meine Tochter Sieht so aus, als viel Zeit vergangen ist Hat er mir gesagt Du bürstest seine Tochter? Du hast mich wieder zum Leben erweckt, aber wir sind noch nicht fertig Wir sind Wir sind alle gefangen in den Würfeln, die wir erzeugt haben Wir müssen einen Weg hinaus finden Schau in meine Tasche Ist ein A Ich hab einen neuen Code für dich Mit ein Bild von ihr 3x 3x Y2 Y2 1z 1z Wenn ich meine Augen in der Zukunft öffne werde ich eine Maske tragen und dir die Edelsteine zeigen Erst dann können wir aus den Würfeln entkommen Also unterstrichen ist Augen, Zukunft, Maske, Edelsteine und Würfel Kannst du da wieder was malen? Irgendwie? Augen? Was war das noch? Augen, Zukunft Maske, ne? Maske, Edelsteine Ja Und Würfeln Ja, der Schlüssel Ich hab einen Schlüssel bekommen für seinen Schrank Äh, für seine Kiste Und er ist weg Wo ist der hin? Ah, der steht jetzt hier Okay Für seinen Sarg oder seinen Würfel? Ne, ich dachte der wäre jetzt abgehauen Ich hab, ich hab hier eine Maske zerbrochen eine große heile Maske ein Geweih Was war's? Eine Hirschmaske habe ich so eine Maske und so eine halbe Maske Da kommt ein Schmetterling jetzt schon wieder her Was soll ich jetzt damit machen? Warte mal, der Schmetterling will's mir zeigen Ah, jetzt setzt er sich drauf Wer ist das? Ich glaub ich hab den jetzt gerade Wenn wir da zu dir Oh, was ist das? Du hast auch einen Hirschgeweih hast du gesagt, ne? Mhm Eine halbe Maske und was war das andere? Eine volle Maske Kannst du dir irgendwo drauf tun? Ja, auf ihn Dann mach erst die volle Maske Hab ich, hab ich gemacht Dann die Hirschmaske Ja Und dann die halbe Maske Will er nicht? Will er nicht? Warte mal Dass wir jetzt hier die Reihen füllen Oh, jetzt ist ganz blutig Alles rot Oh, sieht irgendwie fies aus Schau dich hier oben um Okay Er steht bei mir hinten Also es sieht so aus, als wenn das Radio wieder was anderes macht Warte mal Aber ich hab kein Radio mehr Das Radio hat einen Code, gibt mir einen Code, glaub ich noch F G D C Hä? F G D C Guck mal, ob das was Neues ist F G D C Das kann ich aber nirgendwo Na gut, dann ist das wahrscheinlich Aber Ah ne, warte mal Hier unten Die Tasten Nein, wieso geht der nicht runter? Hallo F G D C Hm? Ich hab einen goldenen Edelstein Was mach ich jetzt so nicht? Muss ich den jetzt hier oben reinmachen? Oh ja, der ist fürs Erste Für die volle Maske, falls ihr das was bringt Hast du da noch was? Warte mal, die volle Maske macht ihr den Raum so komisch Das ist ein gelber Edelstein gewesen Ah, warte mal, ich kann eine Zeit, nochmal eine Zeit drücken Also die drei Zeiger Weiß auf elf Achso die, warte mal Weiß auf elf Grau auf zwei Grau auf zwei Ne, schwarz ist schon auf zwei Oder schwarz, ja Das ist bei mir grau Rot auf fünf Ganz weiter Das ist der Typ mit der Maske Ist jetzt hinter der Oma aufgetaucht Und taucht jetzt hier vorne Macht mir jetzt hier alles kaputt Ich hab eine Stecknadel gefunden Eine Voodoo Nadel Ah, Moment Ich hab doch hier so ein Püppchen Kann ich da drauf klicken? Ja Die Frage ist nur Oh, ich hab ihn ins Auge gepikst Ähm Okay Macht das irgendwas bei dir? Ne, ich hab jetzt die anderen Au, ich hab die Schieberegler gibt's neu Also sein rechtes Auge Da hab ich eine Voodoo Nadel reingepikst Von diesen, ja nicht Teddybären, aber Aber ich hab, du hast doch diese drei Regler Von den Zahnrädern, wo du da was machen konntest, ne? Äh, diese Schiebedinger Schiebedinger, da machen wir den ersten nach ganz unten Ja Den zweiten, äh, einen über dem untersten Also einen höher von unten gesehen Ja Und den dritten ganz nach oben Jetzt hab ich den roten Edelstein Das ist dann fürs zweite Für den Hirsch Ja, das ist wenn ich die Hirschmaske aufhabe Ja, die hab ich, genau Aber mehr kann ich hier jetzt auch nicht machen, oder? Ich hab das Gefühl, der kommt näher Du müsstest mir normalerweise jetzt wieder eine Uhrzeit geben Damit ich mir das angucken kann, denke ich mal Also bei dem gab's jetzt keine Uhrzeit mehr Nö Aber ich weiß nicht, ob's bei dem, bei der ersten Maske gab's dann Bei dem goldenen, haben wir da eine Uhrzeit gehabt? Ja, hat's mir da grad nicht eine gesagt? Ne, das war bei der vollen Maske Gehen wir mal gucken Das war ja die erste Nein Doch, die erste war die volle Maske Ne, der hat aber keine Uhrzeit Das war das mit dem Radio nur Ne, sind alles drei unterschiedliche Sachen Einmal, ja, ne Hast du, Moment Schieberegler hast du grade schon? Hast du vielleicht was mit Oh ne, das will ich nicht nochmal machen Mit diesen Symbolen da? Ne, ne Oder halt nen Code Aber er sagt auch nichts mehr Bei mir steht da auch nur so ein bisschen drumrum Die sagt auch nichts mehr Das Ohr hängt hier so komisch rum Kann ich auch nichts damit machen Hm Was war mit dem Monitor? Der kommt mir grad so in den Kopf Konntest du da eben was mit machen? Ich hab keinen Monitor mehr, der ist umgefallen Und nicht mehr benutzbar Okay Achso, da kam ich gar nicht mehr rein Kannst du mal in die Probier's doch bitte mal Kannst du mal in die halbe Maske Den roten Rubin reintun? Ja, was hab ich davon? Mach's doch bitte mal Ja, ich hab den dritten nicht Es wird nicht angemacht So, jetzt hab ich's gewechselt Und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Sollst du die Maske nicht wechseln? Sonst sollst du den Rubin da reintun? Ja, ich hab's so gemacht, wie du das eben gesagt hast Wie kriege ich jetzt den dritten? Oder läuft noch irgendwo eine Ratte rum oder irgendwas? Was ist mit diesen komischen Dingen? Ne, das tropft jetzt mal Warte mal Dead Eye? Oh Dein Ernst jetzt? Das, was ich ganz am Anfang gemacht habe Äh, tut sich jetzt was? Also anscheinend ist es falsch, den weißen mit der ganzen Maske anzuziehen Wie haben wir den denn bekommen? Wir hatten den gelben als erstes, ne? Also Den roten auf jeden Fall als zweites und den weißen als drittes Das funktioniert aber auch nicht Nein, aber bei mir hat jede Maske eine andere Rätselsache wieder freigeschaltet Das heißt, und du hast mir ja gar nichts gegeben Ich hab dir ja jetzt meine Sachen gegeben Vielleicht muss ich ja noch was von dir bekommen Wenn du das aufsetzen kannst Ja, ich kann sie halt jetzt nur blöd hin und her schieben, deswegen Auf ihn, auf ihn drauf, oder was? Hä? Oder was? Was machst du mit der Maske? Ich setz die ganz normal in diese Fassung ein Aber egal in welche Reihenfolge ich das mache, es passiert ja nichts Nein, aber setz die doch mal in die Fassung ein, wenn du Oder kannst du gar keine irgendwo reinsetzen Ich bin hier die ganze Zeit am wechseln Ja, aber dann musst du dich im Raum umgucken bei dir Ja, das habe ich zwischendurch auch schon die ganze Zeit gemacht Was soll ich hier umgucken? Hier tut sich nichts Ja, aber bei mir hat sich was getan immer Und das muss ich bei dir auch tun Ich brauche eine Anleitung in welcher Reihenfolge die Die da reingemacht werden müssen, welche Farben Ansonsten Also ich kann dir nur sagen, wenn ich den Wenn ich die halbe Maske aufsetze Hab ich, äh, ist es hier Goldfarben Also dann ist es so, schimmert so Gelb-Gold Deshalb ist für mich klar, dass da diese gelbe Sache rein muss Ja, und die anderen? So, bei rot ist es bei dem Totenkopf, also bei diesen Dings ist es rot Bei der ganzen Maske Bei der, ja Ne, nicht bei der ganzen, bei dem mit dem Hirsch Also bei dem Tier, nicht beim Totenkopf, okay Ja Ah, warte mal, jetzt leuchtet das Und da ist es weiß Und da ist es weiß Oder so weiß Er hat sich jetzt einen goldenen Würfel, glaube ich, oben rausgezogen Oh Gott, geh nur mal an dieses, äh, dreimal drei Ding Ja, bin ich Äh, ich hoffe, das sind die markierten Erste Zeile, das zweite Mhm Und in der dritten Zeile, alle Nee Nee, passiert nix Aber warte mal ein Die Zukunft in der Vergangenheit, die Vergangenheit in der Zukunft Also vertauscht Es gibt einen Ausweg Ja, ich sag dir mal die weißen jetzt an Also in der ersten Zeile, das erste und das dritte Mhm Und in der zweiten Zeile, alle Ja, jetzt kann ich den Würfel wieder nehmen Und bei mir steht C9 C9, ja toll, was ist... Nee, C9 war nicht beteiligt So ein See, wo wir hingehören, steht hier Also den Würfel hab ich Was für ein See, ich hab ja keinen See Also ich soll ihm den Cube geben, warte mal Gib mir in der Zukunft den schwarzen Würfel Hab ich ihm gegeben, ja Die Vergangen... Die Zukunft in der Vergangenheit, die Vergangenheit in der Zukunft Mhm Ein Würfel in einen Würfel Es gibt einen Ausweg Das ist ein See, wo wir hingehören Er sagt immer das mit dem See Ich kann ja auch nicht raus, ich kann hier nichts machen Gibt mir in der Zukunft den schwarzen Würfel Ja, wir wissen es mittlerweile Warte mal, wenn der Dreck einstrang in der Vergangenheit gefunden wurde Ich schau genau in die Würfel, den ich halte Also wir müssen den Cube festhalten für 10 Sekunden Also ich geb wieder an, ne? Drei... Ja Moment, was heißt festhalten? Achso, die... ne... Das hast du festhalten in dem Cupid Einfach da drauf drücken Okay Also Drei Zwei Eins Jetzt Eins Wobei ich nicht glaub, dass man das zusammen machen muss Eins Drei Vier Zwei 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 Mitterling. Du bist am Ende angelangt. Hat auch der andere Spieler das Ende erreicht? Nein, er ist gestorben. Ja, der Kreislauf ist durchbrochen. Die Lücke ist geschlossen. Du hast den gleichen Text wie ich, oder? Im See gibt es keine Zeit. Die Zukunft und die Vergangenheit verschwimmen. Du und die andere Person. Ihr seid eins. Ihr gehört nun beide dem See. Na toll, den Satz erfordert, der gefiel mir irgendwie besser. Wo eure Seele erblühen wird. Als ein Baum. Wir sind ein Baum. Ah, mit Rose erblüten. Ich sag doch, bei uns setzen sich nur die weiblichen Gene durch. Na Gott. Ja, wir haben nur Mädchen seit zig Generationen. Kann ich ja draufdrücken, oder? Ah. Da kommt der Schatten. Ich glaub, das ist der Abspann. Ja, das ist der Abspann. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. Wahrscheinlich dreimal so lange gebraucht wie jeder andere. Aber wir haben's geschafft. Oh mein Gott. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Eventuell spure ich ein bisschen vor. Oder cutte das Ganze vielleicht in der Mitte ein bisschen. Also wo wir zu lange gebraucht haben. Ich weiß es noch nicht so genau. Weil ich würd's eigentlich schon gerne am Stück hochladen. Weil das ja doch irgendwie sehr... Es ist halt blöd, wenn du das hochlädst. Und nach einer halben Stunde oder so machst du dann so einen Cut. Ja, das stimmt. Und nur zwei Teile einzeln hochladen, find ich auch doof. Dann lieber das komplette Spiel hochladen. Dann hat man noch direkt alles. Und wenn irgendjemand mal genauso blöd ist wie wir, kann er dann nachgucken, was die Lösung ist. Muss halt nur ein bisschen weiter spulen unter Umständen. Also bei uns hat's ein bisschen länger gedauert. Ja, das hat ja jetzt immer länger, unser Film. Oh Gott. Weil der Teil hier hatte schon... Das Kapitel hat jetzt eine Stunde 37 gedauert. Ja. Das davor war bestimmt auch nicht kürzer. Ja, eine Stunde 20 oder so. Stunde 15 irgendwie die Ecke. Ein bisschen kürzer war das, glaub ich, schon. Gefühlt war das länger, fand ich jetzt, ja. Ja, aber wir haben sehr lange rumgemacht an dieser einen Szene, wo wir einfach nicht wussten, wie wir weiterkamen. Wo du, glaub ich, auf die Ratte drücken musstest oder so. Irgendwo hattest du was nicht mitbekommen zum Draufdrücken. Rooted in the Past. Chapter 2, 9. Glückwunsch, danke, dass ihr The Past Within gespielt habt. Wir hoffen, dass euch das Koop-Erlebnis gefallen hat. Ja, das Beste daran war ja, dass wir nicht im gleichen Raum oder in der gleichen Wohnung waren. Dann könnten wir nämlich nicht rüberlaufen, dem anderen erstmal einen Klaps auf den Rücken oder so. Genau, das war gut, ja. Wähle beim nächsten Mal die Zukunft und spiele im Bienenmodus, um alternative Lösungen zu den Rätseln zu erhalten. Also Schatz, wir müssen uns morgen nochmal treffen und vier Stunden nochmal durchrätseln. Habe ich jetzt nicht gehört, mein Ton war gerade gestört. Ja. Ich glaube, ich muss jetzt raus. Genau. Aber das finde ich schon cool, dass du das dann, ich meine gut, dass du natürlich die andere Seite dann auch nochmal machen kannst und selber das sehen kannst. Weil wir haben es ja normalerweise nicht so, dass man dann halt eine Aufnahme hat, vorausgesetzt, dass alles gut gegangen ist damit. Und dann gibt es noch den Bienenschmetterling-Modus, wo du beides benutzt. Das war jetzt irgendwie von dir gerade in deinem Kopf, ne? Du bist schon bei Farm Together 2, habe ich so das Gefühl. Irgendwie hätte ich, ich hätte jetzt die letzten drei Stunden ungefähr, hätte ich lieber Farm Together 2 machen müssen. Weil dann wäre meine Farm jetzt schon auf die Hälfte hoch, bestimmt, bin ich da durchgegrindet. Und ich hätte mir das nicht geben müssen, die hier die ganze Zeit zu Rätseln. Ich habe hier den Schweiß auf der Stirn stehen, ne? Ich habe gedacht, wir sind so doof, das dauert so lange. Hallo? Ich mache jetzt meine Aufnahme, werde ich jetzt beenden, so, fertig. Ja, mach das. Es reicht ja, wenn ich rede. Genau. Ja, aber jetzt so kurzes Fazit noch am Ende, weil der Rest war ja schon lange genug. Also ich fand das nicht schlecht, das war schon sehr interessant gemacht, finde ich, oder? Also ich weiß jetzt, warum die Rusty Lake Rätsel so heiß beliebt sind. Also sagt man sich so, beziehungsweise steht halt im Internet, dass die sehr beliebt sind. Und man sieht es auch an den Bewertungen. Wenn ich mich nicht täusche und mich jetzt gerade nicht mit einem anderen Spiel vertue, meine ich hat, also ich weiß nicht, ob es bei jedem Spiel war, aber ich meine, das hat durchweg sehr positive Bewertungen, meine ich, gehabt. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin heutzutage, also wirklich in der heutigen Zeit, bin ich schon froh, dass ein Spiel draußen ist, was keine Bugs hatte. Ja, muss man sehr, sehr positiv erwähnen, weil es ist, ich weiß es nicht. Also egal, was ich spiele, habe ich so das Gefühl, jedes zweite Spiel ist übersät mit Bugs. Ich sage nur Disney Dreamlight Valley. Kam ein Update raus, ist jetzt anderthalb Wochen, glaube ich, her und ich kann die Quest immer noch nicht machen, weil die verbuggt ist. Dadurch kann ich eine andere Quest nicht machen, weil man nämlich die als Voraussetzung haben muss. Und lauter solche, also noch ein paar andere Sachen kommen auch noch dazu. Also, und das ist eine große Firma. Wir reden hier von Disney, ja? Ja, die haben richtig Asche dahinter. Wenn sie noch so viel haben bei den ganzen Miesen, die sie gerade machen. Aber die haben wirklich Geld dahinter. Und das hier ist, wenn ich mich richtig erinnere, ein Indie-Anbieter. Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Ich habe nämlich die Seite gerade nicht geöffnet. Und er hat es richtig, richtig. Oder vielleicht sind es auch mehrere. Dann entschuldigt bitte, ich weiß es nicht hundertprozentig. Aber der oder diejenigen haben es wirklich richtig, richtig gut gemacht, finde ich. Also, es war schon irgendwo teils leicht, dass man denkt, oh, das ist aber schön. Jetzt komme ich zum nächsten Rätsel. Ich bin ja doch nicht so doof, so auf der Art. Und trotzdem, auch wenn es mal länger gedauert hat, hat man nie so die richtige Verzweiflung in dem Sinne gehabt. Ja, du hast sie vielleicht mal gehabt, bevor du die Ratte gefunden hast. Ich habe dann nur noch gehört, ich kann hier nichts mehr anklicken. Ich bin ja alles am drehen oder so. Ja, die scheiß Ratte ist dann immer in der Wand. Dann habe ich gedacht, die geht immer so im Kreis rum. Die ist immer durch jeden Raum gelaufen. Dann immer in eine Wand verschwunden. Und dann habe ich auf dieses kompromische Brett geklickt, was da unten so ganz leicht aufging. Und dann war da der Schlüssel hinter. So ein Schwachsinn, ey. Ja, und ich hatte die ganze Zeit diesen Schmetterling, der dann immer wieder gekommen ist. Und ich denke, du musst den Schmetterling doch bestimmt auf dieses Runde, wo so ein Schmetterlingssymbol drin war, drauf jagen irgendwie. Da habe ich gedacht, dass der dann fest friert, keine Ahnung. War aber nicht ganz richtig. Also, der hat mir wohl immer gezeigt, auf welcher Seite ich mit dem Rätsel weitermachen musste. Das habe ich aber erst gar nicht mitbekommen, weil ich so fixiert darauf war, den in der Gegend rumzujagen. Dass ich nicht mehr wusste, wo der vorher drauf gesessen hat. Und am Ende ist er dann nochmal aufgetaucht. Da musste ich, glaube ich, einmal drauf drücken. Ich weiß es nicht mehr genau. Und dann hat er sich wirklich oben drauf gesetzt, ist mit dem Ding verschmolzen. Und ich weiß nicht, dann hat es vibriert. Alles hat geleuchtet. Keine Ahnung, siehst du dann im Video. Falls überhaupt noch die Nerven hast, dir das anzugucken. Also meine Seite dann quasi zu sehen. Wobei ich ehrlich sagen muss, es interessiert mich doch sehr, wie jetzt deine Seite ausgesehen hat. Weil, ja, da bin ich wirklich gespannt drauf. Ich will das jetzt auch nicht hier mit Gelabere noch in die Länge ziehen oder so. Aber ich persönlich, wie gesagt, ich fand es sehr, sehr gut. Ich habe alle anderen, das ist nur schon mal so ein Anreiz für dich. Wobei ich nicht genau weiß, ob die mit Koop waren oder ob die anderen eventuell Einzelspieler waren. Aber die werden dann wahrscheinlich genau in der gleichen schönen und gleichzeitig verzweiflungsfördernden Art und Weise gemacht sein, nehme ich mal an. Ich freue mich sehr drauf. Könnten aber längere Folgen werden. Das kann ich auch schon mal voraussagen. Also entweder, was ich nicht glaube, kriege ich den Epi noch mal überredet, die andere Variante zu machen, um das mal auszuprobieren. Ich habe gerade den installiert schon wieder. Ja, ja, das war mir klar. Ihr habt es re-founded. Der will hier keinen Ehekrieg mit mir führen. Ich merke das schon. Nein, aber... Re-founding. Also es tut mir sehr leid, dass ich so lange rede. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen, die bis jetzt noch mit durchgehalten haben. Und ja, lasst gerne einen Kommentar da, wie ihr das Ganze gefunden habt. Fandet ihr das einfach oder schwer? Jetzt muss man allerdings aber auch fairer halber sagen, ihr habt beide Seiten gesehen, wenn alles gut geht mit den Aufnahmen. Ich nicht. Und der Epi auch nicht. Und wenn er dann verzweifelt, die muss irgendwas an ihrem blöden Würfel haben, was mir hilft. Und ich, ja, ich habe ja nichts. Ich habe ja schon alles offen. Ja gut, dass ich die Stecknadel noch mal ins Auge tiefer reinstecken musste. Also da wärst du aber auch nicht drauf gekommen. Das wette ich mit dir. Nee. Ich hatte dann auch gedacht, vielleicht kann ich irgendwas noch mit dem Ding machen. Kann ich da noch draufdrücken oder so. Aber ich bin nicht davon ausgegangen, und ich die Stecknadel noch tiefer ins Auge reinstechen muss. Ja, also, ja. Wie gesagt, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für alle, die bis zum Ende durchgehalten haben. Und lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst gerne einen Kommentar dazu. Was auch immer. Wie ihr das Ganze findet. Ob ihr selber schon mal einen dieser Spiele gespielt habt von... Jetzt habe ich den Namen gerade wieder vergessen, den ich eben zigmal gesagt habe. Ähm... Du weißt ihn auch nicht mehr, ne? Nein. Vom Anbieter dieses Spiels. Ist auch viel zu müde jetzt gerade. Oder ob ihr dieses Spiel eventuell selber schon gespielt habt. Ob ihr die andere Seite vielleicht auch kennt. Ob ihr wisst, inwiefern sich das unterscheidet. Also, ob das Spiel... Ich denke mal, das Spiel an sich in den Grundzügen ist gleich. So diese Würfelgeschichte, dass du in dem Raum drin bist und so. Aber vielleicht sind die Lösungen so gemacht, dass du den Schlüssel woanders findest. Andere Sachen machen musst, ne? So könnte ich mir das jetzt vorstellen. Wenn das irgendjemand weiß, wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr das mitbekommen habt, dass ich das gesagt habe, lasst doch einen Gruß für ein Epi da. Der freut sich immer über sowas. Der ist dann immer gebauchpinselt. Und ich würde sagen, dann schicken wir euch in einen schönen Tag, schönen Abend, was auch immer. Und den Epi schicken wir mal in den verdienten Feierabend und ins Bettchen. Wir haben jetzt auch schon fast Mitternacht. Also, wir haben es für euch durchgezogen an einen Abend. Und da bin ich auch ganz stolz drauf, dass wir das geschafft haben. So. Ja. Okay, bis dann. Ich sage mal, bis zum nächsten Let's Play. Ciao. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren. Abonne dich jetzt noch mal wieder. Vielen Dank.